ich mache mir extrem viel gedanken übers leben fast die ganze zeit und ich habe keine ahnung ob das zu weisheit für das führt zu meiner sichtweise und die halte ich nicht für die einzig richtige es ist nur die die ich vertreten kann und ich vertrete die so auf der basis des von mir verstandenen und auf einmal option ohne ende montag morgens aufgewacht und das telefon war der anruf war voll sehr los und dann wenn man die auswahl hat dann kann man ja dem zu seinem herzen folgen und das habe ich getan wo ist der dortmund gelbe wand und bin dahin und es war auf einmal ich hatte mehr glück als verstand dass ich das weiß ich einzige was echt machen wollte machen darf in so einem verein für so lange zeit wenn ich keinen bock hätte ich wäre der größte hammer auf dem planeten ich würde jetzt überhaupt nicht verstehen könntest du philosophische frage jeden verein trainieren willkommen im hotel matze dem interview podcast von mit vergnügen ich bin matze hiesch und ich treffe mich hier mit menschen die mich interessieren versuche herauszufinden wie die so ticken mein heutiger gast ist jürgen klopp jürgen klopp ist fußballtrainer und ich würde behaupten den kennt man als trainer der angefangen bei mainz 05 das war der spieler von mainz 05 dann wurde trainer und zusammen haben sie es geschafft dass sie von der zweiten in die erste liga aufsteigen konnten dann hat er gewechselt ist zu borussia dortmund haben sie es geschafft dass sie zweimal deutscher meister geworden sind jürgen wurde fußballtrainer des jahres und dann ging es nach sieben jahren weiter seit 2015 trainiert er den fc liverpool zusammen haben sie es geschafft dass sie champions league finale gewonnen haben nachdem er dreimal verloren hat ich glaube seine sein trophäenschrank dürfte ziemlich voll sein aber das ist ihm gar nicht so wichtig das werdet ihr gleich im gespräch merken er hat auch mal gesagt er sammelt keine siege er sammelt menschen ich glaube wenn man nach einer entsprechung für das wort legende sucht dann wird man bei jürgen klopp fündig legendär sind seine gefühlsausbrüche am spielfeldrand legendär sind auch seine schlagfertigen antworten bei pressekonferenzen aber für mich legendär jetzt seit diesem gespräch ist seine haltung zum leben das ist wirklich wirklich was besonderes ihr werdet das gleich hören ich durfte ihn besuchen erst hier in donau esching ich durfte in sein hotelzimmer heute mal rein und mit ihm sprechen und kann jetzt nichts weiter sagen als ich wünsche euch viel vergnügen im hotel matze mit jürgen klopp welche rolle spielt herkunft für dich also dir ganz in der nähe von dem wo du aufgewachsen bist eine stunde glaube ich mehr ja ungefähr also eine wichtige wichtige nicht im sinne von das mehr wichtig wäre aber ich glaube dass wir uns wahnsinnig geprägt hat wenn man mich habe ich schon gefragt von meinem leben bist du im schwarzwald und wo kommst du her und so eine 1210 gemeinde glatten mag ich total und dann ist es wirklich fällt mir sofort ein dass die kindheit ein absoluter traum war und die jugend wurde dann ein bisschen anstrengend weil es einfach schwierig war von a nach b zu kommen und die buslinien waren nicht im schwarzwald war so wie ein bus verpasst als ein bisschen gelaufen ja das klingt also weil sie direkt nach dem krieg gewesen das war es jetzt nicht also war ja schon in den späten siebzigern wo wir dann so angefangen haben zum bus zu fahren da wäre es ja eigentlich schon gegangen also dass das aber es war ich wurde total geprägt davon dass ich machen konnte was ich wollte im sinne von mich ausleben als kind und das haben wir gemacht weil es alle möglichkeiten gab also ich würde jedem jeder familie empfehlen die kinder auf dem land groß zu ziehen sagen wir mal so und so hat mich geprägt also ich fand es einfach ganz ganz toll und wenn es jetzt so wenn ich hier bin weil es hier genauso aussieht sozusagen donauerschein bis bei mir aussah wo ich eben herkomme kennst du so heimat stolz nee aber ich nicht so richtig entwickelt man den später ich bin mit 20 schon weg ich weiß gar nicht ob das dann wenn ich noch geblieben wäre ob das dann gekommen wäre aber das habe ich nicht so richtig also sowieso nicht auf baden württemberg bezogen so ich bin total gerne ich bin sogar gerne deutsche empfiehlt als großes glück sozusagen muss man auch sagen haben wir alle irgendwie glück gehabt dass wir nicht immer ganz auf die welt gekommen sind aber empfehle kein stolz darauf sondern einfach mag es und wenn es aber woanders wäre wäre es auch nicht schlimm gewesen also ich meine gerade so in zentraleuropa das lebe ich in england seit acht jahren die sind so ähnlich ja ist das so ja na klar im wetter gegabt also die t-shirt wetter beginnt bei neun grad oder sowas und windstärke 20 das haben wir nicht bestimmt wir werfen mehr minz ins essen und so weiter aber ansonsten sie menschen natürlich sehr ähnlich und dieser teil europas da habe ich überall auf aufwachsen können die aufgeregtheit im südlichen europa wer vielleicht nicht so richtig meins gewesen also diese extreme emotionalität sowas noch nicht aufgeregt aber die extremen emotionalität immer so manchmal mitbekommen natürlich ja ist schön aber bin ich halt nicht so aber mit den anderen sowas in den orden geht herr norweger schweden und so weiter wahrscheinlich da wäre alles in ordnung gewesen das hätte mir genauso gut gefallen wie deutschland du nimmst dich weniger emotional war also ich hätte gedacht du bist du bist ja eigentlich ein spanier das ist das trugbild verstehe ich total weil die man nämlich in der öffentlichkeit ja immer im hauptsächlich beruflich sieht zum glück und ich auch noch privat müssten jetzt noch mal andere leute fragen habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht habe ich glaube bin extrem ruhiger zeitgenosse nur halt nicht am spiel also das ist irgendwie schwierig hinzukriegen oder gestern aber ein testspiel gehabt das hätte damit auch völlig egal sein können irgendwie war es mir aber nicht so und ja viele leute getroffen die man so gesagt habe sie schon aufgeregt habe ich ja gut wenn ich da nicht mehr machen dann war ich einen tag zu lange im job irgendwie nee aber links und rechts davon bin ich tatsächlich eher und ruhiger zeitgenosse kommen wir noch später zu ja okay ich würde gern noch dass das thema stolz noch noch weiter verfolgen und zwar habe ich mich gefragt ob du auf etwas stolz bist und was es genau ist worauf du stolz bist habe ich tatsächlich mit damals 14 tagung für bildung vorbereitung habe den ganzen sommer oder verbracht mit familie also meine frau unseren beiden söhnen deren familien und war total stolz auf beide jungs dann habt ihr das gefühl tatsächlich nicht oft habe und da ist mir so extrem aufgefallen was für tolle kerrle das einfach geworden sind also selbstständig kann sich unterhalten über alles haben nicht über alles die gleiche meinung und trotzdem sind sie vernünftig haben wir so einen menschen verstanden dass ich so also mich gut hingekriegt also wir sind ja patchwork ja möglicherweise die beiden sind jetzt auch nicht also nicht blut zu waren sozusagen aber sie empfinden sich als brüder ich weiß nicht genau wie oder das hingekriegt hat aber das ist sensationell und ja auch ja ja aber ich war nicht auf 2 ja ja klar ich bin ich bin schon länger der der väterliche freund sozusagen so seite ich bin seit ihr abitur haben und irgendwie wussten was sie studieren wollten weil ich heraus aus der aus der aus der mitsprache nummer dachte ich jetzt ist alles verein und zieht das noch durch und ist auch gut dann können rest alleine gehen immer als fangnitz immer da aber ansonsten quatsch ich da nicht mehr groß mit und gerade da haben sie sich so toll entwickelt finde ich und dass das da habe ich gemerkt darauf bin ich echt da war ich echt stolz das war cool und ist das stolz etwas was du dir gar nicht so sehr erlaubst also so man könnte ja auch also man könnte auch sagen das habe ich geschafft oder die mannschaft oder es gibt ja ganz viel was du auch erreicht hast aber ich habe das irgendwie so in der vorbereitung habe ich gedacht irgendwie erlebe ich den nicht aus der ferne als den stolzen menschen irgendwie also ich weiß nicht genau ich weiß nicht was man machen muss um es zu empfinden hat das ist jetzt passiert und bei den anderen dingen wenn man es jetzt beruflich sagen wollte also immer rückblickend sagen das gewonnen das gewonnen da fällt mir halt auch gleich ein ja und das verloren und das verloren also das nicht dass es schlimm wäre so einfach sind auch tatsachen und ich habe da noch nie stolz empfunden weil wahrscheinlich die erwartungshaltung irgendwie an mich selber von mir auch so hoch ist dass wenn man etwas schafft heißt nicht ob das jetzt geschafft soll es ja auch als gute mannschaft zur verfügung weiß ich was hast dies und das gemacht und weil die leute dir dabei helfen also wenn man sollte ja mal klappen und ich habe das tatsächlich noch nie empfunden das stimmt aber das mag sich ändern wenn ich nicht mehr im beruf bin zurückgucke und dann denke aber schon schlecht gemacht habe ich schon ein bisschen stolz aber heute aber stand heute ist das noch nicht der fall gewesen voll interessant weiß ich nicht einfach so ist es ja ja ich freue mich total also ich kann sagen dass nach gewonnen spielen erfolgen nicht gewonnen spielen aber nach großen siegen und hat bisher nicht geändert ist die erleichterung viel viel größer als die freude das wahnsinn also wie groß das ist ich würde mich manchmal dass ich mir auf dem bein halten kann so groß die erleichterung es hingekriegt zu haben im gegensatz zu dieser überbordenden freude wo die arme nicht mehr runter kriegst das ist einfach wirklich so dieses ich überlege gerade aus meinem leben aber mir fällt das erste ein ist irgendwie kniffligen situation in der verkehr in der verkehrssituation wo man denkt so boah das hätte echt schief gehen können ist das das gefühl nicht ganz genau gleich aber im sehr ähnlich ja sehr ähnlich weil sich ja naja es ist etwas der der unfall in seinem beispiel ist der der james league finalen niederlage ja nicht unähnlich und dementsprechend verstehe ich total ja also ich habe als wir das ist eigentlich viermal im james league finale nur einmal gewonnen als ich weiß wie es sich anfühlt und als wir es dann gewonnen hatten war tatsächlich mir ganz ganz wichtig dass ich ich wusste wir haben 2 0 geschossen kurz vor ende und so weiter und also noch eine minute zu spielen wusste ich sogar ich okay das haben jetzt gewonnen und dann wollte ich zu meinem kollegen gehen und ihm einfach also es gibt ja gar keine richtigen worte in dem moment es war kann ich am besten sagen weil egal was ja jemand sagt ist einfach reicht nicht hilft nicht und trotzdem ist ganz wichtig zu alle erst mal mit ihm kurz zu reden weil ich weiß wie man sich fühlt wenn so ist und dann erst ist so ein bisschen das andere dazugekommen dass man sich darüber freuen kann dass es passiert ist und was habt ihr besprochen und was erzählen ich habe ihn gratuliert zur leistung weil das wird ja im leben generell zu oft vergessen was der verlierer dieser geschichte bis dahin bis den verloren hatte eigentlich geleistet hat es als wäre das einfach nichts mehr wert das habe ich noch nie verstanden jetzt werden leute sagen ja klar du hast so oft groß verloren na klar belegst du darauf wäre dass man anerkennen dass die 364 tage davon nicht so schlecht waren es war tatsächlich schon beim ersten mal so als ich groß verloren hatte dass ich gedacht habe ja aber alles andere war richtig cool und jetzt haben wir diesen einen schritt nicht gemacht hat es dann keinen wert das kann ich nicht verstehen und in diese richtung ging das gespräch und ich wusste aber im jahr vorher das finale verloren also in dem jahr gewonnen ihr kommt wieder ja und das fühlt sich schrecklich an aber ihr kommt wieder und das war das was ich ihm sagen wollte man müsste maurizio pochettino fragen was er davon überhaupt mitbekommen hat weil ob man in dem moment überhaupt aufnahmefähig ist weiß ich gar nicht aber ja wirklich interessant das stimmt wirklich weil das dieses es wird ja immer danach gemessen du weißt ich bin kein fußballfan deshalb sprechen wir heute übrigens ja also vielleicht kommt die leidenschaft noch heute aber ja dieses dass man dass menschen so enttäuscht sind das habe ich natürlich auch so was kriegt man ja mit da ist der club mit seiner mannschaft im championship finale oder eine andere mannschaft haben verloren im finale da denke ich auch meine güte aber die sind bis ins finale gekommen ist doch total krass aber dass dann in so einem moment diese niederlage über alles steht der fußball hat ja nicht also außer dass er ganz viele begeistert und das tut er mich schon leben lang aber es haben ja keine in allen bereichen eine übergeordnete relevanz haben ja nicht aber was natürlich tun wir träumen groß wir arbeiten haben wir werden stehen komplett unter beobachtung jeden tag wasser was man als noch an menschen normalen alltag ja nicht hat wenn man alle fehler jeden dach aber zum glück wenn man nicht immer darauf hingewiesen und schreibt noch einen artikel drüber auch noch übrigens gestern ja war dann im einkauf ja also da ist er völlig vergriffen also da müssen wir darüber reden so und bei mir ist das ja bei uns ist es so also dass wir tun ist alles man kann relativ viel lernen wie man mit verschiedenen dingen umgeht wie man mit wahrnehmung von außen umgeht wie wichtig ist einem wie unwichtig ist einmal sich unwichtiger sie einem ist es so eher kann man selber sein das ist wichtig dass eins meiner wenigen talente dass ich tatsächlich frei bin davon von außen ja also ich mag schon auch lieber dass mich die leute mögen aber da ich es ja nicht beeinflussen kann kümmere ich mich auch nicht drum also sagen wir es mal so ich kann jetzt nicht irgendwie jedem nach dem mund reden und das wird das ja tag nicht lang genug ich versuche einfach mich in so einem legalen rahmen zu bewegen mit dem was ich sage dass ich jetzt nicht allen ständig auf den füßen stehe weil macht ja auch keinen sinn und da ist es jetzt aber die die lehre die man daraus zieht das habe ich auch schon ein paar mal gesagt was wäre das denn für eine welt wenn wir tat wenn es echt nur gewinner gebe kann ja nicht sein es muss auch welche geben die erstens mal verlieren muss vor allem auch welche geben dies immer wieder versuchen und ich habe gar kein problem damit zu der gruppe zugehören mein leben ist viel besser als ich mir jemals hätte vorstellen können und dass ich ab und zu ganz große niederlagen erlebt habe und dass sich wirklich ganz schlimm anfühlt ist in dem moment nicht cool in der gesamtbetrachtung aber als keine relevanz jetzt bin ich heute reingekommen wenn uns begrüßt du hättest jetzt nicht gedacht und hier ist der dreimalige james league gewinner jürgen klopp oder der einmalige da ist völlig wurscht ja es wird dich auf dem grabstein stehen es ist völlig egal so es geht darum solange du es machst versuchst du alles so erfolgreich wie möglich zu sein aber im rückblick hätte ich gern dass die leute sagen war ein echt netter kerl und ich hatte james league 24 mal gewonnen das ist mir völlig wurscht naja auch da gehen wir später noch ein tschuldigung ist wunderbar ich du hast erst schon mich interessiert es ja sehr wie jemand so tickt das sage ich immer am anfang des podcasts und du hast schon über prägung gesprochen und da würde ich gerne mal tiefer reingehen was würdest du sagen wenn du an deine kindheit und jugend denkst und wir davon ausgehen dass ganz viel von dem was man da erlebt hat beeinflusst wenn man so wird was sind so die sachen die da zuerst einfallen ich hatte ein vater der im außendienst war bei fischertübel das heißt das bedeutet dass der montag morgens losgefahren ist und freitag abends zurück kam meistens jetzt nicht jede woche aber sehr sehr häufig und das heißt meine mutter meine beiden älteren schwestern und mich die manche sind fünf und sieben jahre älter und mich mehr oder weniger alleine großgezogen bis das wochenende kam dazu kam dass mein vater als sie haben halt alles messia so lange versucht kinder zu kriegen bis ein sohn dabei gewesen wäre das ist dieses was auch immer das denken aus der zeit gewesen ein stammhalter muss der kronprinz er muss noch kommen und damit ging das mal los dass im grunde und als der kronprinz dann kam es ist ja kommt noch dazu im schwarzwald ländliche gegend klare rollenverteilung zu der zeit ich bin nur lang weg als ich weiß nicht genau wie es jetzt bis heute ist aber damals war es klare rollenverteilung als mein vater abends um elf auf der couch gesessen dann bin ich schon hunger und da war jetzt nicht irgendwie ja dann machte doch was oder sonst was in der satz war noch zu ende gesprochen war meine mutter auf dem bein und meine küche das schon die pfanne irgendwie gehört sowas in der art also ich habe das als erinnerung und dann ich wusste nur wo die küche ist weil der geruch herkam also ich habe da nicht irgendwie musste nicht abtrocknen muss also sagen dass manche mehr rollenverteilung die da einfach ganz klar das prägt natürlich ich habe also wir haben vorhin stolz gesprochen wahrscheinlich ein bisschen stolz darauf dass ich mich nicht zum kompletten vollidioten entwickelt habe obwohl ich so groß gezogen würde so also ich habe das gesehen habe das beobachtet und habe jetzt nicht gedacht sehr cool also als man muss offensichtlich bis zum rest eines lebens so lange irgendwie allgemein geld reinkommt hast du mit dem ganz anderen sachen nichts zu tun ist ja cool das ist eine das andere was mich geprägt hat dass wir uns ganz viel draußen bewegen und ich ganz viele freunde hatte sobald das wetter auch noch halbwegs okay war waren wir draußen haben uns körperlich ausgetobt und so weiter und jetzt kam etwas dazu was komplett komisch war in meiner familie weil sonst keiner wirklich gemacht hat sobald das wetter nicht so gut war habe ich sofort mich auf mein zimmer zurückgezogen habe es geliebt zu lesen geliebt und mir ist nicht vorgelesen worden als kleines kind oder sonst wo auch immer das her kam ich keine ahnung glück gehabt meine tante hat mir immer zu geburtstagen bücher geschenkt karl mai und solche dinge und ich mochte das gerne und das hat dann wahrscheinlich dazu geführt das heißt ich hatte diese unterschiedlichen dinge mich austoben dann auf der anderen seite träumen zu dürfen mich sonst wohin zu träumen und ich weiß gar nicht was heute sagen darf aber ich habe ganz oft gedacht wahrscheinlich hat mich wie eine tour erzogen ja also weil einfach war klar wer sind die guten wer sind die bösen und was machen die guten einfach die stellen sich vorne hin und kriegen die pfeile ab wenn die anderen hinten sich noch ein bisschen in den hecken verstecken und so weiter also solche dinge als kind für mich war klar so läuft das ab und ich wäre gerne winnetou gewesen obwohl ich wahrscheinlich eher hätte old shattern sein müssen und das ist das was wir nicht an meine kindheit denke dass ich einfach entweder gekickt habe oder irgendwie am träumen war wenn man so will und die schule so zwischendurch her gelaufen habe ich nicht einmal geschwänzt weil alle meine freunde hingegangen sind so deshalb mit denen ich heute noch kontakt habe und das ist alles das was dich in dieser ländlichen region wo du einfach nicht so viel ablenkung als wurde nicht so viel machen kannst du diese zwei drei dinge machst wo du einfach beziehung knüpft die eben auch fürs leben reichen selbst wenn da natürlich alle verstreut irgendwann hinkommen deshalb mag ich meine wenn ich zurückdenke liebe ich meine kindheit die war wundervoll und die jugend war es einfach ein bisschen langweilig weil man nicht so viel machen konnte weil die interessen anders wurden und man es nicht jetzt so richtig ausleben konnte aber auch die ging rum relativ zügig also gab wie wir alle wissen nur vier fünf jahre so ja die sind beim ein bisschen ereignisreicher und beim anderen bisschen weniger aber sie auch nur ein teil der teilstrecke sozusagen dein vater hat dich trainiert oder so habe ich das gelesen ja samstag und sonntag waren viele einheiten das stimmt ja und er wollte ja eigentlich dass du so wirst wie er oder also so vom vom prinzip also dass er dass du dieses sportliche ambition dass du die weiter führst das große glück meines lebens war dass alles was mein vater wollte dass ich werde ich geliebt habe wenn das nicht also gleich gewesen wäre diese ansicht hätten wir riesen probleme gab weil da war kein sozialpädagoge vater hat keine vorschläge gemacht er gesagt hat links habe ich nicht gesagt kann ich mal mitte probieren oder sowas wenn es mal links gelaufen so sicher bis armen der kirche also bis ich 16 war da war nicht einmal widerspruch gegeben ja nur wochenende da waren richtig guter typ und hat sich wirklich zeit für mich genommen habe ich ja nicht daran gedacht ja mich nicht einmal mit meinen schwestern irgendwas machen also ich war froh wenn er auch die ganze woche nicht gesehen als kind ist mit er nicht eine gruppe orientiert würde ich jetzt mal sagen also schon auf sich selber fokussiert ich war super happy dass der vater mir am sportplatz gegangen ist und er war ein top sportler ein auto didakt der die stefan edberg rückhand gelernt von einem außendienst und tennishalle mittag gegessen und hat um welchem tennis geguckt und kam zurück und konnte die rück die doppelhändige rückhand von stefan edberg spielen so das konnte ich nicht so talentiert war ich nicht er war das und hat einfach in mir denn den roh diamanten gesehen den er jetzt ein bisschen schleift aber mit klaren vorgaben hast du durch ihn gelernt dass autorität etwas gutes sein kann oder zu etwas guten führen kann lieber so das kann ich habe ich jemals ohne autorität ja aber disziplin ich glaube ohne ist es super schwierig das haben wir wahrscheinlich haben merken wir uns im lauf der zeit alle und würden es nie unter dem wort autorität die wir erfahren haben oder mich auch disziplin aber hilft schon wenn man morgens aufsteht und nicht denkt dass ich über fünf und ein halb stunden liegen bleiben und so weiter also kleinigkeiten ist ganz bestimmt ganz bestimmt das interessante ist dass mein vater wahrscheinlich ziemlich sicher meine karriere ermöglicht hat die als spieler ich komme aus der region wo fuß normalerweise keine fußballprofis herkommen kommen skilangläufer her skispringer und andere dinge aber nicht aber fußballer eigentlich nicht großraum nördlicher schwarzwald müsste ich nicht dass da irgendwie in der historie in der großen langen geschichte des deutschen fußballs noch irgendwann vielleicht nur ein zwei andere aber es passiert eigentlich und meine großen stärken waren geschwind als schnelligkeit kopfballspiel und ich konnte ganz gut schießen technisch war es nicht so gut aber was mein vater mit mir gemacht hat er hat mich den leichtathleten angemeldet habe ich zweimal die woche so eine laufschule gehabt durfte ich aber mit rennen und mir gezeigt wie man wie man vernünftig läuft das hilft tatsächlich beim schnelllaufen natürlich da gab es ein kopfballpendel mich daran herum hantieren lassen das war meine großen stärken und da wir nur zu zweit waren hatte man ball geworfen ich habe die dinge wolle genommen und das waren die drei dinge die meine karriere ermöglicht haben und die habe ich mehr trainiert als wahrscheinlich jeder andere meiner viel talentierteren freunde aus der region und so hat am ende dann irgendwie doch recht gehabt wahrscheinlich das interessant weil ich habe toni groß mal interviewt und bei ihm war es genau das gleiche dass sein vater mit ihm bis zum geht nicht mehr zu spielen annehmen zu spielen annehmen und das kann man bei toni heute sehen wir haben ja noch ja wahnsinn ja es geht also dieser ist nicht so cool ich habe jetzt hören sie nicht zu viele väter zu die jetzt dann direkt rausgehen und ein klein schnappen und im park 800 bälle spielen also wenn der junge das nicht will lassen ja ich wollte das toni groß möglich weiß auch nicht jeden tag aber die meiste zeit wollte er das und felix wahrscheinlich auch ja und deshalb ist das natürlich eine schöne geschichte und am ende habe ich natürlich nicht so wahnsinnig darauf geachtet was er mit mir gemacht hat sondern dass die zeit mit mir verbracht hat weil die ganze woche nicht da meine mutter hat mich nie bestraft außer zu sagen das erzähle ich am freilag am vater aber das war genug oh gott was soll man jetzt also ich kriege die kuh wieder vom eis was war das was sie da erzählen würde naja was ich halt so was mal passiert ist oder woher was ich was zu spät heimgekommen das und das gemacht mit dem und dem streit gehabt die frau nicht gegrüßt was in 12 100 seelen gemeinde natürlich nicht so cool ist und als solche dinge dass der handzahme handzahme junge ist nicht viel vorgefallen um ehrlich zu sein also bis zu achten klasse und dann da war es ein bisschen anders aber davor war es eigentlich okay aber sie muss nicht mehr aber die drogen hat gereicht so muss meine mutter nicht strenger sein als sie hat sich gar nicht hingekriegt ich war so voller liebe das ist eigentlich wenn die mir irgendwie so beschrieben wenn man irgendwann die polizei bei meiner mutter vor der tür gestanden hätte gesagt der sohn ist ein serienkehrer der erste gedanke wäre gewesen er wird es verdient haben also irgendwie das ist nicht kein vielleicht nicht ganz so ein tolles beispiel aber so sehr weil ja so sehr war ich sie davon überzeugt dass ich fehlerfrei bin also die disziplin die kopfbälle die geschwindigkeit und das zuspielen von dem vater was von deiner mutter was hast du von ihr mitbekommen würdest du sagen naja dass das sich sorgen dass ich sie war unfassbar nett alle wirklich meine mutter das heißt wenn wir abends unterwegs waren ein bisschen älter schon 14 15 16 und war irgendwie auf einem anderen nachbarort war irgendwas los müssen zwei jahr nach zu hauten zu machen nach hause gelaufen alle waren heranwachsend am hunger gehabt da gab es nicht mal die frage sind alle im grünen wenn ich nicht vorne gelaufen sind die vorne gelaufen sind zu meinem elternhaus gelaufen es gab also weiß ich was die anderen mütter gemacht hätten aber meine mutter hat sich gefreut wie ein schnitzel dass wir die treppe hoch kamen und sie noch mal um halb drei morgens kurz was auch immer von essen aus dem stand auf den tisch gefeuert hat und sie hat dann nur dabei gesagt kein wort geredet und wir saßen als wäre sie nicht da wie so fünfzehnjährige idioten sind weil ich mit einbezogen weiß man muss einfach daran zu gegrinsen hat sich gefreut dass wir jetzt alle sitzen und satt werden so als sie hat sich gekümmert hat sich gerne gekümmert und war einfach voller liebe das ist es das ist es einmal keine raketen wissenschaftlerin jetzt meine mutter hat ihr leben lang kreuzworträtsel gemacht hat sie geliebt aber was außerhalb der der vier wände passiert ist das interessiert mich nicht das war ja nicht so wahnsinnig wichtig und deshalb ist einfach sie hat mich gefüllt mit dem gefühl dass ich schon sehr in ordnung bin ich muss gerade an der eine szene denken in dem campino buch über liverpool wo er auch darüber schreibt dass das ist nach dem spiel ich weiß nicht welches es war da noch zu euch gegen und ihr dann bis in der nacht irgendwie bei euch gesessen hat musik gehört habt und gesungen habt und also das erinnert mich irgendwie normal ja das ist normal das kann man machen auf jeden fall das passiert ganz oft dass das dann ist ja heute ja normal ich kann ja nicht einfach eine kneipe geht es am spiel und so weiter deshalb macht schon zehn dass man zu Hause gehen aber da sind sehr häufig gar nicht so wenig leute dann am start die dann alle noch mal kurz vorbeikommen und ja oder hat das auch total gerne also unsere jungs sind auch sehr gesellig so also das sind schon auch das sind eigentlich die wildesten partys die wir jemals hatten weil ansonsten können ja keine feiern also finde die normalerweise bei uns in der küche statt der wird in liverpool der real boardroom eigentlich die entscheidung getroffen da lass uns ein bisschen über fußball reden und zwar mainz 05 da fing es zumindest nach meiner erfahrung meiner recherche für dich an als trainer und du warst ja vorher spieler ja wenn du jetzt wir sind jetzt hier mit liverpool also du bist hier mit liverpool ich nicht wenn du das mal vergleichst von damals zu heute wenn man sich so videos angucken würde wie du damals trainiert hast wie du heute trainiert hast was ist so der größte unterschied der dir einfällt jetzt unabhängig von das ist jetzt alles viel größer es ist jetzt der große unterschied ist natürlich ich habe damals vermutet zu wissen was ich mache war mir aber nicht 100% sicher und heute bin ich mir da viel sicherer weil es viele schon mal viel schon mal gemacht habe und einfach weiß wie es geht also von vielen dingen damals ganz früh angefangen es ist ja bin der tatsächlich über nacht zum trainer geworden als gespielt und ein trainer geworden und das problem am trainer beruf ist dass ganz wenige leute gibt die du wirklich fragen kannst wenn du es dann zu häufig machst dann wirst du praktisch zu einer 1b version von den leuten macht jetzt auch nicht so richtig sinn weil dazu ist einfach zu oft alleine in der verantwortung und so weiter sollte auch nicht passieren so du versuchst also dich so selber also durchzuwurscht und zumindest war es bei mir so ich hätte ich mein trainerschein das heißt aber du musst vor der mannschaft sofort zu auftreten als wirst du ganz genau was du da machst und das war rückblickend super witzig weil ich natürlich durch habe ich kann kann das gut also konnte ich vom ersten tachern gut mochte die spieler war ihren führungsspieler das heißt dann freunde von mir die wollten auch zuhören also zu tun etwas zu machen war ja auch kein problem ich muss ja was ich machen wollte ich wusste nicht ob es klappt so das hat ganz gut funktioniert dann also dieses zu tun als ob du bescheid weißt sicheres auftreten trotz völliger ahnungslosigkeit so bin ich durch abitur und studio ja das ist alles gut geworden das verstehe von nichts anderes so viel wie von fußball also das heißt davor ging es nicht um fußball so das heißt ich habe natürlich viel mehr erfahrung bin viel besser trainer ist überhaupt kein vergleich stecken 22 23 jahre tausende 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 von fußballspielen ich gesehen habe drin das klingt auch ganz traurig wenn man so aber tatsächlich habe ich das gemacht noch mehr stunden überdringseinheit nachgedacht vorher nachher das riesenunterschied der junge kerl der irgendwie guckt der sich frei schwimmt und heute würde ich sagen wenn er rettungsschwemmer dass es tatsächlich so und das ist natürlich gut das entspannt die sache auch ein bisschen weil heute natürlich außenrum viel mehr los ist als damals wenn ich damals bei mainz wie wir da nackt trainiert hätten das hat eine woche gedauert bis eine zeitung das aufgegriffen muss nie mal machen müssen jetzt die zeitung gedacht in mainz drehen sitzt gerade durch aber ansonsten ist auch niemand interessiert da war ja absolut dieser fkk und das natürlich völlig anders aber so richtig vergleichen kann man es natürlich auch nicht der fußball verändert über 20 jahren der job hat sich verändert über 20 jahren was ich am anfang in dieser ersten zeit alleine gemacht hat dafür habe ich 25 leute ist jetzt auch nicht normal in der bundesliga sind sicher weniger eine primary kann man schon relativ großen stuff muss man sagen und hattest du ein bild von dir also wie du als trainer mal sein willst also gab es so eine art idealbild nicht zu ende gedacht weil ich ja überraschend trainer wurde aber ich wollte immer trainer werden ich habe mit 20 schon mal in frankfurt die jugend trainiert während ich noch gespielt und studiert habe ganz klar will ich mal wenn man mit 26 gesagt hätte glaube jetzt haben wir gesehen du kannst gar nicht kicken aber es nicht bock die mannschaft zu trainieren hätte ich gesagt klar ich weiß schon lange dass ich kicken kann also deswegen überrascht mich jetzt nicht genau das überrascht mich nicht und dann war ich 33 hatte noch zwei jahre glaube ich zwei drei jahre vertrag bei mainz und als spieler und dann wurde ich trainer das heißt ich war dass ich hatte das bild nicht fertig ich war nicht dabei und dachte okay so und so soll sein aber dann relativ zügig schon den klassischen gedanken als ich dann angefangen habe ich dann musste mich damit auseinandersetzen habe ich hätte gerne wäre gern der trainer den ich gerne gehabt hätte und hab da mal ein bisschen überlegt was es wäre und es war so so ganz ganz viel ganz ganz viel wolfgang frank was mein trainer war davor und auch von anderen hier da ein bisschen hier da ein bisschen und hab dann festgestellt dass natürlich quatsch ist und tag viel zu kurz um das irgendwie so sein wie wolfgang oder zu sein wie andere und es weiß muss man mal selber versuchen aber klar unbewusst ganz viel mitgenommen und vor allem von wolfgang frank das hat mir echt geholfen bei einem anfang weil er der beste trainer war den ich hatte so dann macht es natürlich sinnvoll ihm meist mitzunehmen so wann bist du rettungsschwimmer im trainingsbereich schon ein paar jahre schon ein paar jahre ich bin rettungsschwimmer in mainz geworden würde ich sagen das ist noch ja ja also da ab da warst du schon also es ist ja immer eine frage also die anderen denken der weiß was er tut und dann ab irgendwann muss es ja geswitcht sein in ich weiß was ich naja gut ich war ja schlau genug also ging auch gar nicht anders ich hab bald hatte ja kein keine fußballer lizenz hatte nur den a-schein und musste ja dann im ersten jahr bundesliga habe ich dann in köln den fußballer noch gemacht während wir bundesliga gespielt haben was eine sehr intensive zeit war aber erst mal ist das cleverste war ich habe nur die allererste zeit alleine gemacht und habe mir dann schelko bovac dazugeholt immer mitspieler von mir der beim sc neukirchen in hessen schon als cheftrainer gearbeitet hat in der dritten liga wir sind ein bisschen kontakt geblieben nachdem er den verein verlassen hatte also mainz und fünf verlassen hatte und er war meine wunschvorsteuer habe ich gefragt was machen könnte und er sagte ja und ich brauchte einen lizenzgeber auch und schelko waren viel erfahrener trainer als ich das heißt wir haben damals dann einfach unsere unsere vorstehen zusammengeworfen haben relativ durchgemerkt um ein fußballmännisch das relativ ähnlich aber er hatte viel mehr erfahrung vorbereitung planen und so weiter davon hatte ich keine ahnung ich hatte zwölf spiele gemacht und jetzt soll ich auf einmal eine komplette vorbereitung planen das war echt alles sehr sehr aufwendig aber durch ihn der wenig gesprochen hat aber unglaublichen fußballer sachverstand hatte konnte ich ganz ganz viel ganz ganz schnell ja einfach aufsaugen verstehen und dann war das aber auch relativ zügig wusste genau wie es geht aber am anfang ist schon hilfreich wenn dir irgendeiner so ein bisschen weg zeigt und du okay macht sinn ja das ergibt sinn und so weiter also ganz ganz toller trainer war er dem so damit zeigt einfach so ein bisschen die anderen talente die im cheftrainer geschäft dazugehören jetzt in den podcast gehört es nicht zwingend dazu aber öffentlich zu sprechen solche sachen von der mannschaft zu reden und das ist ein wichtiger aspekt man muss die messe ist ja nicht nur hier haben also im kopf haben soll muss ja noch noch überbringen und das war so ist ihm nicht so leicht gefallen aber war riesen fußball sach also fleisch gewonnen fußball sachverstand also eine top eine top verbindung also von dem also das eine ist natürlich eine mannschaft zu formen aber was würdest du sagen ist die haupt siehst du als deine hauptaufgabe als trainer naja die spieler und damit die mannschaft besser zu machen da gibt es ja unterschiedliche unterschiedliche wege hin also der spieler besser weil die mannschaft spieler ist man nicht in beliebigen spieler und steckt in eine tolle mannschaft wird er dadurch automatisch besser oder wie läuft es eigentlich genau man alle müssen ein bisschen wahrheit dran also die qualität einer mitspieler hilfe auf jeden fall sagen wir es mal so es ist ich weiß nicht wo es anfängt weiß nicht wo es aufhört das ist das ist im grunde muss du als als chef drin ist ein bisschen so ein muss es ein rundum sorglos paket liefern weil du musst im grunde natürlich ist wichtig was du auf dem platz machst ist wichtig wie du mit den 1 umgehst du wichtig mit der gruppe und gehst ist aber auch wichtig wie du auf dem platz ist wichtig wie du mit den außenrum umgehst ist wichtig dass du nachvollziehbar bist dass die dinge die du sagst konsequent durchgezogen werden und wenn nicht dann erklären warum nicht und so weiter das ding hört nie auf also ich muss mich auf allen ebenen zumindest verstehe ich das um den spieler kümmern das geht ja nicht von meiner seite aus aktiv weil dazu sind es zu viele aber ich muss die jungs müssen wissen dass wenn eine situation in der man sich besonders kümmern sollte vielleicht wenn die aufkommt in dass man dann sofort weiß okay ich kann zum boss und kann mit dem da drüber reden der ist viel älter viel weiter ist mit den meisten nicht mit allen in den meisten abwassern gewaschen als der der weiß aber wahrscheinlich ein bisschen was drüber und dass das dann auch passieren man mit mir darüber sprechen weil mein interesse ist natürlich dass die jungs in ihrer absolut besten verfassung sind und die wird ja beeinflusst von allem also wie wir als menschen ja nun mal sind also ich kann morgens aufstehen spüren magen krummeln wird wahrscheinlich nicht in die top ten meiner tage eingehen oder ich habe ein problem oder jemand den ich kenne hat ein problem und so weiter und für mich sehr wichtig wenn ich das ich kann das ich sehe den den effekt aber ich verstehe nicht warum und deshalb ist ja wichtig das zu wissen und das was regelbar ist das muss geregelt werden und das was nicht regelbar ist dann muss man dabei helfen das einfach auszustehen und bis es vorbei ist die situation gibt es ja auch und deshalb ist das tatsächlich der fußballtrainer ist und das liebe ich so sehr daran ist ich verstehe das total von auge das ist auch das wichtigste dass ich was von fußball verstehe aber es endet da nicht sondern es ist es dreht sich um alles es dreht sich um den menschen und das macht mir so mit am meisten spaß du bist ja bei mainz eingestolpert also die in die trainer position wer mich hat spielen sind wird das genauso beschrieben werden ja ein gestalt hat ich habe dich wahrscheinlich die meisten anderen das erste mal deinen namen dass ich den gehört habe als du trainer wurdest von borussia dortmund das ist ja dann eine sehr bewusste entscheidung zu sagen ich gehe dahin zu diesem verein den ich noch nicht kannte als spieler oder anders was ist das besondere an borussia dortmund vielleicht ist es noch immer oder vor allen dingen damals dass du da hingegangen bist dass du dachtest ja da die muss ich hin muss ein zwei jahre ich bin 2008 nach dortmund gegangen 2006 war die wm wahrscheinlich haben die meisten leute mich zum ersten mal wahrgenommen während der wm weil da ich als experte das zf gearbeitet habe ich muss ich sage das deshalb weil es für mich ein bisschen ich war jung und wollte unbedingt 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 als trainer wahrgenommen werden und ich als der fernsehfußi rückblickend muss man klar sagen dass der es ist zf und die rolle damals so haben mit johannes beckerner und und urs meyer und die euphorie in deutschland und so weiter wahrscheinlich einen großen einfluss auf meine karriere hatte wollte ich mir ungern eingestehen weil es wieder bedeuten ich habe mich irgendwie den nächsten job gequatscht oder sowas aber ich war damals treten zweitiger trainer beim 1 26 wir sind nach der wm nach dem abgestiegen alle handy leute sagen können ja hätte man im sommer besser also nicht direkt nach der m sondern der saison nach der wm abgestiegen er werde mal besser sich um mainz 5 gekümmert und so weiter aber ist nicht passiert die mainzer wir haben das gemeinsam akzeptiert und sonst ging weiter ja und dann wahrscheinlich ist daraus akibatska später gesagt haben wir haben gegen mainz gespielt und dachten die haben ein mehr aber wahrscheinlich auch er und alle anderen davon beeinflusst dass ich bei dieser wm so eine neue rolle gespielt habe weiß ich jetzt nicht genau von außen kann ich natürlich nicht betrachten aber wenn man zwei fernsehpreise gewonnen glaube ich für etwas was ich jetzt tagtäglich gemacht habe finde ich schon interessant dazu anspiel analysieren ist mein täglich brot und da habe ich es halt öffentlich gemacht sind auch ein paar mehr leute mehr zugeguckt und auf einmal kriegst du dafür fernsehpreis war nie dann habe nie abgeholt nicht dass ich das nicht respektieren würde großer preis keine zeit so und jetzt auf einmal kann man dann kam dortmund und ich habe dortmund unter einer vielzahl vielzahl von optionen ausgewählt ist unglaublich ich war ein zweitliga trainer der nicht aufgestiegen ist in dem jahr und gesagt hat wenn man nicht aufsteigen dann weg gehe ich hatte keinen kontakt und auf einmal option ohne ende montag morgens aufgewacht und das telefon war der anruf war voll sehr los und dann wenn man die auswahl hat dann kann man ja dem zu seinem herzen folgen ja klar und das habe ich getan wo ist der dortmund gelbe wand das war 13 der tabelle in der saison vor das heißt potenzial zur verbesserung sie ist nicht fünfmal in folge meister geworden dann komme ich und soll irgendwie das noch mal machen sondern sind 13 gewesen also so doof war jetzt auch nicht dass ich die die chance nicht auch gesehen hätte dass wir das wahrscheinlich ein bisschen besser machen können und wenn dahin und es war arsch auf einmal kann man sicher so sagen mich hat im gespräch zu mir gesagt du bist meine letzte kugel gut dann haben wir ein bisschen druck aber da ich richtig bock drauf sind toller verein kann ich ja sagen also höre ich das richtig dass also die gelbe wand das weiß sogar ich das sind die fans also dass eigentlich dieses dieses bild der gelben wand dass dich das so angezogen hat ja ich bin total atmosphären süchtig also wenn ich ja nicht trainer wäre würde ich ist da den hopping betreiben und alles große glück dreimal außergewöhnliche atmosphären miterleben zu dürfen meint 25.000 es war absolut verrückt was die leute gemacht haben also wirklich verrückt dann kommst du wir haben ja auswärtsspiele gehabt in dortmund gut da waren die alle gegen uns aber das kann ich schon auch trotzdem verstehen und denke jetzt wahnsinn und ja und liverpool ist natürlich die rote wand denn er war nicht der cop aber ist englisch stimmung an die stadt ist anders wir haben keine dauergesänge aber eben in guten momenten auch außergewöhnlich und das finde ich wenn man schon mal da ist kann man ein bisschen radau machen also ich mag das sehr ja der dortmann war sicher so dass ich die atmosphäre umstand die größte stadion man könnte sagen die geschichte des vereins aber so richtig drin war ich bin normaler fußballfan gewesen natürlich wusste ich an dortmund was man gewonnen hat aber dass ich jetzt so genau wusste ich alle gern gekannt hätte oder sonst ich mochte den verein schon immer der sv glatten mein heimatverein hat schwarz gelb vielleicht auch daran was ich gelesen habe auch ist also du bist ja mit ulla dann dahin gezogen und sowohl in dortmund jetzt aber auch in liverpool hat man so das gefühl du bist eigentlich jemand der daherkommt also dort und fragte man sich ob er nicht irgendwie die verwandtschaft in warport hat bei der ersten pressekonferenz in liverpool hast du bist direkt mit beatles shirt hin also du hast irgendwie so ein war nicht die erste pressekonferenz okay also er ist bei ihm nur ein sakko war okay ich war schon trainer und ulla hatte aus der innenstadt so beatles shirts gibt es ja nicht in diesen souvenirshops ja gibt es ja also tassen wir werden gar nicht am anfang gar nicht genug logischerweise geschirr und so weiter und dann sagen wir gut da kann man trinken kaffee und damals so kaffee dann tee also ein paar max ist jetzt nicht schlecht so aber große tassen und also wie das heißt und dem t-shirts mitgebracht und als davon habe ich dann angehabt eine presskonferenz und das war das hat mir aber dann relativ zu ich habe mir gesagt ich so doch bitte t-shirts ausrüsters tragen habe ich nicht gemacht also ich hatte es keine botschaft mit dem bild t-shirt so richtig nie aber so dieses also das gefühl ist du gehst all in also nicht nur mit der mannschaft sondern auch mit dem ort mit der wir haben erst über herkunft gesprochen das leben ist zu kurz um das nicht zu machen warum geht beim so nicht all in all in als mit allem zu versuchen was auch immer was man hat der einzige grund der davon abhalten könnte beria dass dann wenn man scheitert es mehr weh tut also habe ich das zumindest verstanden und damit das darum kümmere ich mich wenn es soweit ist bis dahin kann ich nur all in es ist wirklich quatsch ich lebe da ich lebe jetzt im achten jahr in liverpool man stellt sich vor ich würde mich da immer noch als gast fühlen soll man weiß ja nicht und das bin ein bisschen komisch bei englern und das ein bisschen kompletter blödsinn so und zwar in dortmund genauso ich hatte nicht vor so eng zu sein mit den leuten wie ich in mainz war in mainz kann ich die 18 jahre also wie sollen das gehen aber das sieben jahren gegangen und dachte auch ja das tut auch richtig weh und genauso was jetzt im liverpool also nicht irgendwie gedacht ich muss so tun als ob 0,0 ich will das für mich haben dass ich so mich damit verbinde weil sonst finde ich irgendwie das leben ist eine ansammlung von kleinen geschichten um eine große geschichte daraus zu machen beim zurückblicken verdammt nochmal sonst kriegen das grenzen nicht aus der fresse also das ist so der plan und das geht nur wenn du alles rein packst und alles mitnimmst hoch tief und am ende hoffentlich gesund bleibt und dann guckst du deinen eigenen film noch mal an nein aber es ist vor allem also ich finde sehr erfrischend weil das so was ich also eine medienbranche größtenteils unterwegs da gibt es immer so eine distanz auch so eine leicht ironische manchmal auch sarkasmus manchmal auch so ein bisschen man man eigentlich immer so ein bisschen also du hast erst das bild vom bademeister also aufgemacht und das ist natürlich auch mal distanz man ist nicht mittendrin im wasser sondern man ist so am rand und guckt so zu und dann springt man rein und weiter aber dass du dieses darauf scheißen und eigentlich gar keine distanz haben sondern zu sagen okay da kümmern uns später drum wenn es so nah gekommen ist ich weiß was du meinst und jetzt gerne nehme es gerne an als was auch immer kompliment ist ja ja okay aber der unterschied natürlich zwischen mir und leuten aus der medienbranche ist ich bin sehr unabhängig von der öffentlichen meinung also ich habe mir das praktische ergebnis metrisch messbar wenn es gut ist kann ich ein echter penner sein und trotzdem sagen die leute macht einen guten job weiter geht es geht in der medienbranche schwierig generell heutzutage generell schwierig und ich habe zum glück noch dieses feld als solange ich zumindest nicht spreche wo ich taten sprechen lassen kann also wo ich jetzt nicht noch das erklären muss große muss man presseständig reden und so weiter nach niederlage ist alles anders vergnügen steuerpflichtig aber ich kann mich in einem rahmen bewegen wo ich wahrscheinlich nicht politisch inkorrekt werde wo ich wahrscheinlich nicht übergeordnete dinge erklären muss und zwei weil das finde ich super schwierig also deswegen verstehe ich mit leuten medien wo man sagt okay ein bisschen distanz und ich muss mal gucken weil ich verstehe gar nicht wie man heute noch in medien arbeiten kann man läuft ja immer auf so einem drahtseil und irgendeiner zieht ja rundherum neulich von irgendeinem comedian gehört also das programm kommen heute kommen jetzt zu dem punkt der meine karriere in zehn jahren beenden wird und so weiter es ist ja immer irgend einer wird ja in zehn jahren guckt dann drauf und sagt ja damals hast du das gesagt ja vorbei das geht nicht mehr darfst du ausgas nicht moderieren jetzt zum beispiel und das ist ja wirklich anstrengend und ich finde es als großes privileg dass ich tatsächlich sein kann wie ich bin und dafür schon auch mal auf die also auf maugregel klar auch zurecht jetzt nicht immer zurecht aber manche natürlich zurecht welche bis ziel hinaus geschossen bin aber dann ja es geht es auch wieder weg wird es auch wieder weg geblasen wir können es wieder wesentlich konzentrieren mehr an so anderen dingen hast du das gefühl hängen die sie jetzt immer noch daran auf das kann ich echt nicht glauben hat er jetzt gerade eben falsche flieger benutzt oder hat er das gemacht und hat das gemacht wann ist wann es passiert dass man keine fehler mehr machen darf ohne dass man jeden tag wenigsten fünf jahre daran erinnert werden muss und das ist einfach schlimm und das habe ich bin als großes privileg dass ich ich sein darf und verstehe dass manche das eben nicht so sein können weil es einfach echt schwierig geworden ist finde ich aber du bist doch auch wenn ihr verliert bist du natürlich doch aber auch also egal ob du gestern das champions league finale gewonnen hast bist du doch relativ schnell auch derjenige wo dann ja der kann es nicht mehr oder ja ja also du bist ja auch sofort eine meinung dann dazu da oder ja hätte doch mal aber die meinung hat für mich keine relevanz warum nicht man kriegt ja nicht mit also wir haben spiel verloren wichtigste information wer war nicht gut genug weiß ich ihr habt spiel gesehen wie könnten die das jetzt schlechter machen als das was ich also wie brauche ich es nicht lesen was die schreiben ich weiß ja schon was war nicht gut genug reicht mehr als information arbeiten daran das problem ist nicht was sie was sie raus machen das problem ist nur die zeit zu überbrücken wir haben ja verpflichtet geben manchmal 17 interviews nach dem spiel und die interviews wird das wird nicht von interview zu interview besser oder leichter oder sonst irgendwas und ist echt arbeit und in niederlage zu erklären ist echt schwierig vor allem wenn man es ist nicht auf die mannschaft schiebt und sagt ja gut der blinde was soll ich mal er muss einen ball über die linie drücken dann gewinnt man das ding und es kommt nicht in frage sowas also wird das echt schwierig ist echt zäh und und ist super anstrengend gut da machen die aus dem artikel oder aus dem interview was auch immer was sie wollen und die leute will sich daraus ihr bild und manche fans sagen der ist nicht mehr gut genug oder sonst und zum glück ist ja die zeit lange vorbei warum ich das irgendwie existenziell betreffen würde das heißt wenn mich der vereinbauer rausschmeißt geht es mir trotzdem gut und das war sie noch zehn jahren im job irgendwie was hast du gedacht okay okay jetzt ist das ding erledigt das brauchen wir nicht aber wegen geld habe ich nie gemacht aber jetzt ist auch wirklich wurscht und das hilft so natürlich trainer total leid die rausgeflogen sind und nach drei monaten beim neuen verein auf der kippe stehen das ist wirklich wirklich nicht gut da bin ich nicht in der situation und deshalb was die leute über mich denken das nicht gut genug oder sonst was das kann ich ändern durch den nächsten sieg aber hat tatsächlich keine relevanz wenn ein boss denkt ich bin nicht gut genug dann könnte ich ein problem haben dann will er mich rausschmeißen und so was das ist im leben als fußballtrainer ist relativ normal also auch kein problem ich muss sich nur darum kümmern dass wir das ding so gut wie möglich machen das meinte ich bin unabhängig wenn ich habe jetzt im fernsehen oder im radio oder im podcast und die leute sagen ein dreck aber auch das einmal dann sagt der zweite dann wird es auf social media geteilt und was ich weiß und dann bist du raus dann hört ja keiner mehr zu und das ist druck ja und den habe ich nicht weil das nächste spiel wird definitiv stattfindet sich von mir organisiert sondern ich komme dahin und wir haben die chance zu gewinnen und das sind privileg verstehe ja es ist unterschied wirklich gesagt hast schon so eine distanz und ich verstehe die weil wir müssen schon gucken dass man die die leute auch bedienen in gewissem wer hat in die freiheit harald schmidt vielleicht hat die freiheit zu sagen was er will ja das hat er wirklich ja oder marcus krebs der kann doch der kann doch jeden witz erzählen habe gerade ein also die nehmen sich das recht raus aber grundsätzlich ist es echt schwierig so dieter nur mit 98 prozent der dinge hat er sagt hat er recht und zwei prozent kann man darüber diskutieren aber das macht ihn nicht zum schlechten menschen oder sonst irgendwas sondern er sagt es wenigstens ja so und dann hast du dann über das wird von allen seiten wird er gefeuert und denkst du sag mal was ist denn passiert an welchem tag habe ich denn irgendwie wurde ich denn zu alt für den scheiß ich bin doch gar ich aufgefallen aber ja ein bisschen abgekommen ja willkommen zurück dafür will ich da also die wir sind noch wir sind gedanklich noch in dortmund gehen dahin zurück du brauchst es mir nicht erklären ich habe es wirklich nicht verstanden pressing war das wort was ich x mal gelesen habe bitte und ich habe es einfach gegen pressen aber ich habe es nicht verstanden aber ich glaube die die es hören sie können sich das noch mal angucken also du kannst es ganz schön ist nicht wahnsinnig wichtig ist wirklich nicht wichtig also wenn man wie gesagt auf dem grab stein soll nicht den herzlichen pressing aber was wichtigsten aspekt seines lebens erklärt das wäre ich kacke er war ein guter gegen presse ja ausgepresst ausgepresst das stand draufstehen jetzt hat er endlich fertig ist fertig gepresst da haben wir die aber die headline haben wir super also es ist ja so dass du dann gekommen bist mit etwas was die noch nicht gemacht haben die mannschaft also so zumindest in meiner wahrnehmung und dann was ja passiert wenn jemand kommt der mit neuen ideen kommt dann ist es ja nicht immer so einfach also es klappt noch nicht sofort es gibt niederlagen es gibt rückschläge es gibt dies jenes und es gibt natürlich auch darüber geredet über medien die darüber schreiben ach das ist doch alles schwachsinn und so weiter wie behältst du die zuversicht in solchen situationen dass du weißt okay das ist der weg den gehen wir jetzt no matter what also dieses system das gute das gute daran am fußball ist ja es ist keine raketenwissenschaft grundsätzlich keine wissenschaft so es gibt ja medizin zum beispiel ja damit die diagnose für fast alle sachen und leider noch keine therapie ja das ist echt schade so früher dass man immer gestorben und keiner wusste wieso nicht gedacht aber hat sich ja vor die sechs jahre keine sorgen gemacht weil man wusste was man hatte und heute wissen was wir haben aber können immer nichts daran tun also im fußball ist anders im fußball ist der platz das sei lange nicht verändert worden die größe die anzahl der spieler sei lange nicht verändert worden die regeln sei lange nicht verändert worden das heißt es gibt wege die mit einer hohen wahrscheinlichkeit zum erfolg führen nicht garantiert aber mit zeit mit einer hohen wahrscheinlichkeit so jetzt habe ich noch nie im leben und früher noch grundloser als heute problem mit selbstvertrauen gehabt und nicht so sehr weil ich mich für den größten alle sondern weil ich weiß ich denke über das was ich mache und was mich interessiert relativ viel nach das heißt ich habe das recht mir erarbeitet in der zeit in der ich darüber nachgedacht habe jetzt zu sagen wie es geht das bedeutet nicht dass es allgemeingültig ist aber ich weiß über das weiß ich das nachgedacht da weiß ich jetzt bescheid und ich bin nicht aus dortmund gekommen habe gedacht so etwas in mainz war total behämmert so das machen wir da nicht mehr so ich habe in dortmund im grunde das was wir in mainz gemacht haben und dass er sehr erfolgreich war nicht final erfolgreich im sinne von wir werden deutscher meister geworden aber es hat uns viel erfolgreicher gemacht als zuvor habe ich gedacht das macht jetzt sehen dass wir in dortmund auch versuchen mit besseren spielern und genau das haben wir gemacht es waren die spieler nicht nur nicht alle waren besser natürlich aber die dann auch noch jünger weil wir eine ganz junge truppe hatten und kann kein geld und muss das junge bursche das heißt total begeisterungsfähig wir haben in der zeit in dortmund von acht bis zwölf den fußball nicht neu erfunden aber wenn man für eine weile in taktischen vorteil gehabt das muss man glaube ich so sagen und wir haben was sie intensiv den körperlichen aufwand betrifft neue maßstäbe gesetzt in der zeit dass die mannschaft war unfassbar an tolle jungen sie haben sich komplett voraus gehabt und so weiter und glück gehabt bei der auswahl der charaktere das kann man gar nicht so sehr beeinflussen vorher also wir werden sicher gut geworden sowieso so gut wurden wir weil die jungs so gut war also was geht es jetzt ich bin eine relativ kommunikative person das heißt wenn man mich fragt kriegt man eine antwort für gewöhnlich wenn man mir eine frage stellt die man eine erklärung möchte kriegt man die aus oder weil ich sie liefern kann als ich bin mir nicht zu schade jetzt irgendwie soll ich sagen ich komme also in dortmund an und die was machen wir sagen wir haben fotos shooting kommen vorbei wir haben nicht alle dauerkarten wenn weniger dauerkarten verkauft als im letzten jahr das wohl jetzt machen habe dich mit der dauerkarte ok gut geht dahin bei drei tage im verein glaube ich halt so eine riesen dauerkarte mal ein paar fotos alles gut eine woche später fahre ich auf der b1 aus unna wo man dann gewohnt haben nach dortmund rein und hänge alle 20 meter hinter ein riesen ding mit mir riesig zehn auf zehn meter und ich bin der dauerkarte und dachte du lieber hebe so anscheinend die leute sehr darauf gefreut kommt zurück zu 2006 wie dortmund erkannt mich manche vom fußball in mainz und manche als der fußball erklärt der nette kerl da der das zf gemacht hat das hat zu den ungewollt zu vorschusslorbeeren geführt jetzt hat der verein direkt ein zweitiger trainer macht man nicht überlebensgroß an die an die b1 macht man nicht aber ein zweitiger trainer den aus dem fernsehen kennt mit dem kann man es machen so und deswegen da ist mir so langsam aufgefallen okay es geht nicht nur um den trainer es geht auch um den anderen da der der kerl der öffentlichkeit offensichtlich einigermaßen fehlerfrei reden kann war keine coole erfahrung ich wollte der trainer sein nur trainer nur fußball und der rest ja völlig egal und hab dann so festgestellt ja gut das gehört anscheinend auch dazu also ging das los und da sind dortmund so schlecht gelaufen haben und platz 13 hat uns einfach zeit gegeben uns nach vorne zu entwickeln die braucht mehr und die haben wir gekriegt sechster fünfter erster erster zweiter 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 sowas mehr hat das war die entwicklung und das gemeinsam in einem unfassbar tollen verein mit ganz tollen leuten den es ganz schlecht ging davor die finanzielle am ende war nicht die person sondern der verein und auf einmal haben wir da als hätte man eine neue goldminie entdeckt und jetzt können wir wirklich loslegen das war einfach die erleichterung war so groß wir sind alle geflogen er war einfach so wissen alle geflogen über alle beste freunde sind bis heute und sind so glücklich dass wir dabei waren das einfach eine wundervolle geschichte gewesen ich verstehe das alles also so aber dieser also ich mache jetzt auch schon eine weile podcast und und dennoch gibt es an so morgen wie heute du bist jetzt glaube ich mein 250 gast gibt es schon sowas glückwunsch danke gibt es schon sowas wie a wird das funktionieren ja ja jetzt habe ich mir die fragen überlegt aber vielleicht hat er gar keinen bock drauf oder also es gibt auf jeden fall den zweifelnden matze und der ist auch gar nicht so klein und wenn ich aber ich bin ich ich bin alleine und das von den leuten leute nicht aber auch ich kenne den zweifel ich überlege die ganze zeit wie ist das weil du wenn du so du kommst ja als neue personen ein verein rein und bringt was komplett neues mit du drehst den verein auf kopf wie man auch paar mal gelesen hat und dass du aber so also du strahlst diese zuversicht auch aus die merke ich auch vollkommen ist absolut zuversichtlich also es ist echt beeindruckt und gibt es dem zweifelnden aber ja ja dann gibt natürlich gibt zehn und ich ich möchte ihm nicht so viel bedeutung zu der 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 zweifel in mir der 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 schiebt mich noch mal an noch mal nachzudenken noch mal an der lösung zu arbeiten und so weiter ich habe nicht wir haben eine ganz schlechte saison gespielt für unser verhältnis letztes jahr als beispiel und es ist nicht so dass ich durch die saison gegangen bin mir doch wurscht mag das nicht niederlagen in serie sind ganz schlecht drücken aufs lebensglück und so weiter das aber vorbei so jetzt kann ich das mit mir rumschleppen und immer denken und soll nicht mehr passieren soll nicht mehr passieren oder ich wirklich mache wirklich den schritt so schnitt was aber was können wir lernen gut nehmen mit was noch mal vergessen im ganzen haufen lassen wir da liegen und dass ich finde wirklich dass das wichtig ist im leben dinge die ich nicht mehr ändern kann lasse ich also ich kann kein problem damit in die schublade in der schublade zu stecken weil es ist nicht alles führt später zu einem posttraumatischen irgendwas erlebnis wurde war mal den seien wachst du nachts auf und denkst du oh gott wir haben gegen watford verloren oder irgendwas und blödsinn es passiert ja nicht weil ich finde man hat das recht dazu den nächsten schritt zu gehen und das tun wir das ist so dass ich grundsätzlich denke dass man sich mit dem negativen ausgang eines dieser ding eines einer sache beschäftigen kann wenn es denn eingetreten ist ich finde das einfach dass der weg dahin der muss von optimismus von positivität gepflastert sein sonst macht es doch gar keinen sinn aber das ist ja dann dass wir nicht ganz sicher soll ich wirklich du kannst in dem moment wo du gegen die wand gelaufen bist stellte fest ich bin gegen die wand gelaufen bis dahin probieren erstmal darüber zu gehen dran vorbeizulaufen oder sonst irgendwas und beschäftigt mich nichts anderes genau das mache ich bis ich feststelle das hat nicht funktioniert und dann passiert uns ist nicht so oft vorgekommen dass dinge nicht funktionieren nicht weil ich so genial wäre weil das bin ich definitiv nicht sondern einfach nur weil ich glaube dass ihr positiv optimistischer mit vorfreude vollgepackt man eine sache rangeht desto wahrscheinlich ist eben auch dass es klappt am ende wir sind unser größter feind wie wir im kopf das ist weil wir reden die meisten zeit des tages mit uns selber schaffst du nicht kannst du nicht mein gott ist das anstrengend und halt so ein zeug wahnsinn hier war gerade jan froden oder der haut sich in der zink der triathlet ja goad of triathlet der hat jeden tag paute er sich komplett aus und ich habe ihn gefragt du weißt vorm training dass du während dem training 50 mal mit dem inneren schweinhön zu kämpfen wie machst du das ja über die jahre entwickelst du das ding konntest gar nicht so hundertprozentig erklären aber einfach nicht drauf hören wer von uns kann das denn wenn ich jetzt zehn minuten anfangen zu joggen da habe ich in den zehn minuten das mit dem inneren schweinhön schon 20 mal gesagt schnauze und hör nach elf minuten auf so also wir sind alle anders aber können uns entwickeln und dabei helfe ich total gerne meinen jungs meine zuversicht mein optimismus mitzugeben weil dann glaube ich kann man sich auch wirklich da kann man sein absolutes potenzial ausschöpfen wenn man sich immer selber in frage stellt kann man das einfach nicht also das bedeutet nicht dass es klappt alles zu geben heißt nicht alles zu bekommen ist und die einzige chance überhaupt was zu kriegen und deshalb machen wir das und gucken dann was man am ende dafür bekommen haben ist aber in dortmund gemacht das haben wir hier gemacht das ganze leben gemacht und ich kann nicht sagen das ist das rezept für alle aber für mich als hingehauen es wird es leute geben naja jetzt schon auch da und da noch das stimmt hundertprozentig aber ich habe kein problem mit meiner vita wenn andere leute eins damit haben kann ich jetzt nicht ändern aber für mich ist das fein ich habe genug gefeiert und auch ab und zu gelitten alles in ordnung wie geht es auch immer darum herauszufinden was das besondere an den menschen ist und ich glaube ich habe gerade so was herausgefunden für mich zumindest in der beobachtung weil wir haben heute als wir her gefahren sind haben wir darüber geredet über das typisch wussten es aber nicht genau deutsche dieses heute sonne ja wahrscheinlich morgen so meiner mutter wenn ich da sage wie hart das und das ja aber musste auch die steuer musste auch noch zahlen und so also immer das recht und sie hat recht natürlich aber dieses aber das was was ich so auch mit drin habe in mir und was ich auch bei vielen menschen entdecke dieses ja gut jetzt läuft es gut aber wahrscheinlich könnte es bald und ich merke gerade in dem gespräch du bist einfach wirklich dieses personifizierte cross the bridge when you reach it absolut ja das ist voll all in ja or nothing ja das ist wirklich ist ich kann es nicht anders also nicht nicht anders für mich auch nicht erklären und jetzt muss man und das heißt nicht dass es offenbar keine probleme gibt um himmelswellen massenhaft gibt es wirklich und schlaglöcher hier und da und so weiter nur das weiß man ja von vornherein dass es nicht ohne schlaglöcher hier und da wieso sollte man sich dann während man durchgeht und ein schlagloch da ist dann drüber aufregen das ist doch ein schlagloch wenn man von vornherein weiß das eh passieren wird und leicht wird es nicht und so weiter dann muss man sich nicht dann wenn es nicht gerade mal nicht leicht ist dann alles in frage stellen sondern es ist einfach ein normaler teilabschnitt des weges und und auf dem befinden wir uns ständig deshalb ist im fußball so die saison endet irgendwann und irgendwann beginnt die nächste und das heißt geht immer weiter und immer weiter ist irgendwie eine traurige geschichte aber es tatsächlich ja so geht ja immer kommt da immer eine nächste nächste spiele nächster gegner nächste saison und da da sind wir und ich wundere mich ja manchmal selber wenn wir sind nicht in der vorbereitung ich weiß gar nicht meine bibel die vorbereitung das ist aber es waren echt viele du hast tausend spiele schon gemacht in diesem jahr irgendwann war dann mehr und so weiter und ja ja wahnsinnig viele das heißt ganz viel die trainingssage und ich bin hier nicht stehen morgens auf und ich freue mich und zwar ist noch ein bock ist das jetzt und raus und das sind die ganzen spiele und zwar ist okay oder nicht okay und jetzt lass uns trainieren um acht um halb elf und um fünf und so weiter habt ihr richtig bock drauf und dinge selber also immer aufhört also ich mache es echt gerne und dass es ausgeprägt ist genau endgültig dann ja du hast auch gerade schon gesagt alles geben hast du bei den spielern kann man das ja so nachvollziehen dann gibt es diese keine ahnung wie schnell ist er gelaufen wie lange ist er gelaufen wie viele tore hat er geschossen woran erkennst du dass du alles gibst natürlich ist nicht so messbar eben aber das nicht messbar ist kann ich ja nicht sagen es ist aber ich weiß dass ich die mir zur verfügung stehende zeit 100 prozent dem erfolg der mannschaft widme aber auf der jahre gelernt habe dass diese zur verfügung stehende zeit auch von mir bestimmt wird aber jetzt haben wir relativ junge co-trainer mittlerweile ja noch keine 40 die kollegen die können das noch nicht also die hände ich muss auch lernen das ist einfach wenn ich nach hause fahre und aus dem auto aussteige ist das arbeitshandy weg und das private nutzen unsere söhne und ein paar kumpels also da bin ich noch erreichbar logischerweise den ganzen tag war ich da nicht erreichbar also da wäre ich reintürisch noch erreichbar bin aber ich finde auch nicht schlimmer die keiner anruft aber das arbeitshandy geht dann weg wo und dann liegt bei die probleme kann ich jetzt nicht mehr lösen die da noch irgendwie auftreten wenn ich das entschieden habe für den tag wo geht das war es dann komme ich morgen darum dann kann ich das und das konnte ich früher nicht so aber das bedeutet dann und das viel besser heute dass in dem moment wo ich dann wieder online bin sozusagen bin ich auch hundertprozentig da und das ist früher hat sich das so ein bisschen verwaschen ja du hast ja selber keine zeit gegeben zum 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 wirklichen keine auszeiten gegeben gar nicht und das bedeutet was trotzdem natürlich nicht immer hundertprozentig da und das hilft ja nicht dann fürs irgendwie wichtiges gespräch und bist nur halb da und dann heißt das hättest wirklich besser nicht geführt so diese dinge und das muss man im laufe des lebens lernen deshalb weiß ich jetzt gar nicht genau was das für ein pass ist für eine ob dann lerneffekt da ist für das normale arbeitsleben was ich was kann ich noch was die durchschnittliche arbeitszeit des normalen arbeitstätigen ist ob es dann acht stunden noch sind oder was genau ist oder ob es nicht einfach sind machen würde über die sechs stunden arbeiten sechs stunden vollgas und die zwei stunden beine hoch in die sonne legen ob das nicht effektiver wäre aber ich muss jetzt sagen aus diesem arbeitsalltag bin ich jetzt auch schon zu lange raus aber bei mir ist es sicher so dass ich die zeit die ich arbeite hoch konzentriert arbeite und daraus ableitet dass ich alles getan habe mit mir mit meinen intellektuellen grenzen die ich ja über die jahre kennengelernt habe also ich weiß eben dass ich nicht dass sie ein harter arbeiter bin aber kein genie macht ja nichts und solange ich das mache meist vor und wenn nicht der meinte voll nicht so und hast du aber situationen gehabt wurde gemerkt dass ich habe nicht alles gegeben weil ich zu viel gegeben habe also ich habe das so gesehen habe kann man vielleicht so sehen also nicht alles gegeben glaube ich eher aber nicht auf falsche entscheidung getroffen unangenehmer moment sehr hoch oder so feststellt er hat dazu kommt aber generell dass wo auch immer das herkommt weil ich weiß aus beobachtungen und gesprächen allerdings bei anderen menschen auch teilweise auch anders ich fühle mich einhundertprozentig verantwortlich für lagen und mit der tendenz zu passagier oder auch dabei gewesen und nicht gestört bei siegen macht gar nichts macht mich nicht so unglücklich menschen ist nur so wir haben verloren gibt es nur fragen an mich selber was wo ist die messenger nicht angekommen was haben wir falsch gemacht diese sie gewonnen haben sind alle und alles gut und ich bin der größte trainer der zeiten nur für mich ist die mannschaft und ist tatsächlich so empfunden also ich will sich nicht spielen oder was und denke ja nee das hat die mannschaft an denen er ist genau das was ich so denke und das ist macht es dann in so momenten wo du verlierst ist schon also diese diese nacht nach dem spiel ja die würde ich jetzt auch niemand empfehlen also das ist jetzt nicht so dass du irgendwie da denkst ja 200 verloren macht ja nichts komm nächstes spiel das nächste spiel kommt aber an der an der an dem fühlen der niederlage da gibt es kein habe ich noch keine alternative für gefunden also dass jetzt das abhage nach dem spiel burscht ist das nicht da bist du noch in der vergangenheit also ich krieg es nicht raus ist mir ein körperlich also eher körperlich als das im kopf ist ja das also ich bin kein toller verlierer was jetzt wahrscheinlich viele sagen wir ja weiß ich habe ich schon gesehen im spiel versand und so weiter aber generell das beschäftigt nur wenn ich am nächsten morgen wach werde hat das nächste spiel begonnen sozusagen aber diese nach dieser nach der bin ich die habe ich noch keine lösung für gefunden und ist das was du erst sagt dass diese erleichterung ist es genau das dass dieses körperliche gefühl was du bei einer niederlage hast dann eben nicht kommt also dass dieses erleichtern ist ja genau das fällt alles so runter man wird so man hebt so ein bisschen ab das sind ja auch die bilder die man so sieht ja ja dass das wird gerade so ein bisschen dass das dieses leichter machen eigentlich durch den durch den sieg alles ist leichter alles ist schöner im grunde habe ich gesagt in unser spielen geht es natürlich nicht um leben und tod es geht ums leben unser leben wir entscheiden wie es abläuft jeder von uns geht nach hause alles beeinflusst niederlagen beeinflussen unser leben massiv lang die leute ja dafür verdienen die millionen sonst was das stimmt alles das hat in dem moment null relevanz null weil uns auch millionen bewerten und ich bin ich auf social media ich habe das ich kriege nicht mit was dann weil was sie da ich weiß ja dass sie jetzt wirklich positiv sein aber die jungs haben ja diese tendenz diese generation hatte die tendenz sich die schläge auch noch aktiv abzuholen muss aber nachgucken sagen die gibt es doch gar nicht alles nicht zufrieden aber ich war nicht so schlecht und ich so um gott dem himmel leute 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 man kann sich ein recht man also probiert das gar nicht dieses social media ding hat mich gelehrt hätte ich gedacht irgendwann dass ich so früh sagen wir für den scheiß bin ich so alt das verstehe ich den nutzen der ganze geschichte also wikipedia top google jahre top alles andere verstehe ich nicht unwichtig aber es ist nicht dass dort natürlich trotzdem wieder machen sie mehr mein problem als als das problem der anderen leute aber ich bin echt ich fand's cool kein handy zu haben nicht angerufen werden zu können nicht anrufen zu müssen sich nicht abmelden zu können weil man es nicht nicht ab wenn sie müssen weil man sich kann eine unfassbare freiheit die sie heute gar nicht mehr nachvollziehen kann auf den bus zu warten auf den bus zu warten zum beispiel ja und nicht schon war ja schon da und so keine ahnung kann sie nicht irgendwie schnell mal google oder sonst irgendwas ist schon das war echt ein privileg das war wirklich cool ist für heute natürlich absolut man kann die zeit nicht zurückdrehen aber verrückt wie schnell das ging ich habe so ein paar künstler und künstlerinnen interviewt und da gibt es ja anke engel hat kein handy richtig richtig habe ich bei dir gehört und verzug und verzug ja es gut der voll fachs noch das problem ich habe ich habe nur ich habe mich nur gefragt wer hat denn sonst so ein fachs was macht man im fachs ist man abschicken wenn er keinen fachs was passiert dann aber weißt du was sie hat das ist also das kann ich jetzt glaube ich so erzählen ich weiß es nicht aber das stimmt dass sie kein handy hat also dass sie so ein altes händler aber sie kam zum interview dann halt mit ihrem rechner und ist hat mit dem rechner ins netz also das ist dann halt so die also nicht hundertprozentig konsequent es ist genau es ist war dann da man kann gut zu wissen man kann anke engelke erreichen das ist da kann ich ja rechnen meine nachricht über eine e mail folgende läuft naja gut aber der unterschied ist natürlich also weil das eigentliche problem ist ja heute die ersten handy sind rausgekommen und irgendwann habe ich natürlich auch eins gehabt und es war ja man kann sich erinnern das war damals wahnsinnig teuer sich zu telefonieren mitspieler von mir hat denn hat den autotelefon soll ich kann man telefonieren sagt es kostet vier mark 80 oder irgend so eine sekunde irgendwo anzurufen diese riesen klötze dann kamen die ersten handys und zweite und das eigentliche problem wurde ja dann das smartphone weil telefonisch erreichbar ist ja auch ganz gut ja warum ist so viel dran hängen ist jetzt nicht mehr rufen ich den ganzen tag leute an die leute die leute die ja nur noch rumlaufen und zweiten und so weiter die hohen holen mal dass die nur daran dass du die ganze welt hier einfach heim holt deshalb anke engelke kennen sie nicht will sie nicht in schutz nehmen aber zumindest das ist ein smartphone ja so das ist schon mal stark so stark bin ich nicht aber ich habe nicht auch erbärmlich genannt deswegen verstehe ich habe ich habe mich so gefühlt aber was die künstler und künstlerin oft erzählen oder auch comedians das ist dass sie von etwas träumen sie wollen wohin sie wollen erfolgreich sein sie wollen groß sein sie wollen im stadion spielen und dann sind sie da und dann merken sie das ist alles gar nicht so wie sich das vorgestellt haben es gibt es auch ich habe das auch bei android sie glaube ich gelesen der biografie die so ein bisschen so eine melancholie nach einem sieg dass man irgendjemand hat so lange darauf hingearbeitet das und das zu erreichen dann hat man es erreicht dann wird fühlt man sich erst mal gut aber dann gibt es dann auch irgendwie die enttäuschung so anders ist es gar nicht kennst du diese art von enttäuschung es kann für mich keine enttäuschung aber der unterschied also haben wir gerade über andere ergesprungen für individuell sportler ist brutal total aber ich das ding zu gewinnen und zu verlieren und dann zu alleine zurück zu gehen und nicht wirklich die leute jetzt bei dir zu haben so ich mag war schon immer ein teamsportler ich habe ein trainerteam und ich habe die familie dann habe ich auch dabei und so weiter aber aber das trotzdem schon das schon brutal so das ding ist man hat es gewonnen was auch immer und stellt fest na gut so viel hat sich verändern aber der unterschiedlich riesig ob du den silber mehr kriegst oder einen riesen pokal oder sowas hat das ist riesig in dem moment und das verstehe ich auch und die freude ist auch da dieser stellt sich natürlich ein und die maximale freude bei mir stellt sich darüber ein zu sehen wie sich die anderen freuen so das ist einfach was bedeutet das eigentlich diese wand auch ja weil für mich bedeutet mir schon was aber nicht alles ich kann es nicht ändern er sie sich so dass diesen einen moment hätte ich gerne immer gehabt das ding zu gewinnen aber ich bin schon auch in ordnung dass mir jemand anderes gewinnen um ganz ehrlich zu sein ich denke jetzt ich muss ja jeden tag und wenn du dieses problem mit mit dschokovic und alcaraz dachte ich so möchte ich jetzt als dschokovic das ding noch mal gewinnen oder soll der junge schon ran so war ich mir nicht so ganz sicher wenn ich sage ich habe keine relevanz weil ich denke natürlich für den jungen gefreut und fand das stokovic ganz ganz toll reagiert hat aber das ist schon auch fein wenn die anderen alles versuchen da ein bisschen mehr glück damit ist es in ordnung aber jetzt wir haben wie gesagt in unserem speziellen fall wir haben vier james die finals gespielt dreimal verloren das war für meine familie brutal und nicht weil es sie und jetzt meine söhne denken wir müssen die james die gewonnen haben sondern weil sie so sehr gedacht haben dass es mich so wahnsinnig trifft und deshalb in dem moment als wir sie nicht gewonnen hatten war ich so glücklich darüber dass wir dieses gefühlschaos wo jeder sich von anderen um anderen sorgen macht und wie geht er damit um und was bedeutet es für ihn und so weiter das ist einfach immer weg ist weil es einfach klar besser geht nicht läuft jetzt können wir einfach mal komplett unbeschwerter durchgehen so dieses es hängt schon viel dran und so gibt es bei den jungs auch dass bei den spielern auch wo ich so denke haben die noch mal schon ich mein erstes finder zum beispiel verloren gegen die bayern in münchen dann denkst du ist eine once in a lifetime situation hast du auch gedacht klar ich kann dir keine trainer die mehrmals im siegfinale waren also deutsche oder sonstige also irgendwie so erreichbare trainer wo man so gedacht hat ich habe ich nicht nie für einen außergewöhnlichen trainer gehalten hat sich nämlich gedacht ja aber mit mir bringt das schon alle hin das dachte ich schon ja wer weiß ob das noch mal kommt und dann ist es ja eben noch ein paar mal passiert und ja sie gefühlen sich anders an als man es denkt und ist trotzdem das beste was einem im gründen passieren kann weil einfach alle fragen zumindest mal für den moment beantwortet sind und das ist eine große erleichterung und erleichtert wenn ich sage die erleichterung ist viel größer als die freude ist die erleichterung die größte form der freude einfach weil sie einem wirklich erleichtert man am fliegen ist geschafft mal ganz kurz durchatmen her und dann greift man auch wieder an aber man ganz kurz durchatmen weil das ist ja in beiden fällen so du gewinnst oder verlierst aber wieder angreifen muss ja trotzdem wenn danach nicht deine karriere beendet also ist natürlich mehr macht mehr spaß mit dem pokal in der hand als mit der silbermedaille das weiß ich und deshalb finde ich gewinnen richtig cool ja all wirklich richtig cool aber noch viel mehr für die anderen leute ich sehe ich sehe es total gerne die dortmund durch die innenstadt die gesicht der leute unsere fans zu sehen und das ist für sie bedeutet mit leopold ist gleich eine parade durch die stadt zu haben meine familie armen zu nehmen nach 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 so einer geschichte dass das ist wirklich großartig und moment und das weiß ich schon auch die man jetzt nicht einfach so jeder alltäglich mal erlebt und so nehme ich sie auch war als was ganz ganz besonderes aber deine familie hat sich ja auch also wenn du das so erzählt dass du dich dass dir auch ein stein vom herzen fällt wenn du oder wenn ihr gewinnt weil sie dann wissen dass es gut ist sein vater auch dann ist es fein fein aber das bedeutet ja auch dass dich eine niederlage also gerade so ein champions klick auch extremst mitnimmt ja die nacht ist es gibt ja dieses als campino ist ein echt guter freund von uns johannes recker ist echt guter freund viele gute freunde nur in dem nach dem verlorenen championship in kiev sind wir zurückgeflogen das problem so organisatorisch feiert man in kiev wenn man gewinnt oder fliegt man zurück kommen wir haben uns dann damals entschieden wir fliegen direkt nach dem spiel zurück weil es in kiev ein bisschen schwierig war da irgendwas zu organisieren und dann kommst du auch am nächsten tag langer flug und so weiter also feierst erst dann stehst du auf brauchst du mal vier stunden flieger in liverpool wenn du gewinnst waren die leute schon auf der parade also heißt nachts noch zurück jetzt verlieren wir das spiel ist wirklich alles anders vergnügen steuerpflichtig wir fliegen aber nicht im gleichen flieger zurück mit familien sonst zwei die mannschaft da und staff und so weiter und wir kommen also an morgens dann irgendwie früh morgens in liverpool treffen uns halt an dem ort wo die autos standen und mein berater mein bester freund und meine familie und alle kommen auf mich zu und alles sind mittlerweile sechs sieben acht stunden nach dem spiel in tränen aufgelöst so ich hatte das spiel mit dem spiel abgeschlossen im flug weiß natürlich keiner also ist ja nicht so ist tatsächlich ich habe das kostet mich jetzt keine lebenszeit mehr ich habe alles versucht aber das kriegt keine lebenszeit mehr dass ich diesem dreck jetzt noch mal nachtraue und mir jetzt noch mal was ich mit einem scheiß gefühl in urlaub gehe oder sonst war es so muss natürlich kein uns kommen wir alle auf mich zu und alles aber wie okay es waren ja aber ganz okay das haben wir ruhig nach hause gefahren zwar nicht alle mit zu Hause gekommen ist also muss ich vorstellen 9 uhr morgens klopp in der report rum in der küche in kurzer zeit waren wir alle einigermaßen angetrunken und dann mehr aber keiner konnte schlafen so und jetzt haben wir angefangen und peter jetzt mein co-trainer mainzer die können ja alle irgendwie dichten büttenreden halten und so weiter und peter auf toilette und auf toilette hatten wir so eine alte base große kommt raus und hält die war es wie das chemis die pokal und sagt da ist das ding und alles in einem jubeln wie die kinder aber mittlerweile muss man die stimmung ist umgeschlagen jetzt kommt es ganz kurz noch und dann haben wir gesagt okay jetzt machen wir ein lied getextet und der text lead text ging zwar 2019 als wir das finale verloren haben 18 als wir das finale verloren haben so 19 haben wir es dann gewonnen und dann stehen wir nächstes morgen da bis heute european cap madrid all the fucking like we swear will keep on being cool we bring it back to liverpool so das war also an diesem morgen hat es praktisch in diese wir holen das ding zurück und holen es ein jahr zurück ein jahr später zurück dass in madrid übrigens so die lehre ist daraus jede jeder große erfolg startet mit einer idee an irgendeinem ort in irgendeinem kopf in einer speziellen konstellation und wenn man die idee verfolgt dann hat man eine relativ gute chance dass das auch irgendwann hinhaut dann hängt es nur davon ab wie lang bleibt man da dran und ich habe kein problem damit irgendwie dran zu bleiben das stört mich jetzt nicht sonderlich und deshalb da ich nichts anderes zu tun habe kann man auch aber kann man es auch häufiger versuchen finde ich klar ja was würdest du sagen ist schwerer hoch zu kommen oder oben zu bleiben weiß ich nicht weiß wirklich nicht also man ist wichtiger als viel wichtiger hoch zu kommen als oben zu bleiben wenn man schon mal oben war dann hat sie mich das ganze dann aber kurz gezeigt dass alles wenn man wenn man nicht hoch kommt ja wo ist man dann aber war es wahrscheinlich sonderlich leicht aber ich hatte das große glück in dem zusammenhang einfach mit ganz tollen leuten ganz solle mannschaften zu haben ganz tollen leuten zusammenzuarbeiten und dementsprechend waren wir in der konstellation sozusagen unaufhaltsam vereinen ja und leute heidel strutz club in mainz watzke zorg club und mannschaft immer dazu klar und trainer und so weiter in dortmund jetzt in liverpool sehr ähnlich nicht um die welt zu erobern aber mit zu quatschen wenn es um die entscheidung geht und das finde ich echt spannend warum bist du weg von dortmund naja also unheimlich sind eigentlich wir könnten nomaden sein also wir könnten überall irgendwie leben und dann ja und da zwei jahre und so weiter es geht ein bisschen das geht nicht offen sie nicht einher mit meiner karriere weil ich war relativ lang überall das hängt mit loyalität zusammen ist mir super wichtig also einseitig so manchmal können leute nicht loyal sein dann habe ich versuche ich dafür verständnis ausbringen wahrscheinlich mit viel nachdenken geht es dann auch aber aus meiner sicht ich muss ich muss loyal sein und deshalb geht man durch schwächere phasen mit dem verein und höfstlich auf jeden nächsten dampfer oder sonst irgendwas aber man war dort man war 18 jahre in mainz und dann sieben jahren dort und in dortmund war es sich so angedeutet dass es jetzt echt schwer wird und zäh wird und so weiter und die mannschaft neuanfang braucht oder gibt es zwei möglichkeiten die eine ist der trainer geht oder du wechselst eine mannschaft viel und aus meiner sicht war es damals besser wenn der jürgen geht und deswegen haben wir das gemacht und dann eigentlich mal richtig pause machen dass er nicht so hingehauen aber ich finde es neue reize zu setzen diese dinge krampfhaft aufrecht zu halten macht auch keinen sinn also ich aus meiner sicht habe ich in dortmund ausschließlich freundin erlassen was ich ganz großartig finde das heißt wir haben es jetzt nicht bis zum ende ausgereizt so bis man es dann irgendwie in haaren gezogen haben wir ja der war mal gut nicht dass ich gedacht das würde passieren aber wo soll es hinführen außer dass 30 jahre super erfolgreich ist was unwahrscheinlich ist dass irgendwann kommt zu einer phase ob es jetzt nach sieben jahren nach zehn jahren der fall ist weiß ich nicht und deshalb waren wir waren neugierig auch ich wollte immer ins ausland gehen und sparen italien wahrscheinlich wettermäßig und vom leben her ein bisschen angenehmer aber sprache ist für mich ein super wichtiges thema und die einzige sprache die ich außer französisch dass ich ein bisschen kann also besser als die anderen auf jeden fall englisch und die premier league ist die beste liga der welt da wollte ich irgendwie auch mal mal reingucken wie das geht mit liverpool natürlich ganz ganz tollen emotionalen verein bekommen und das hat bis hierhin sehr ordentlich funktioniert aber auch das wäre mir nicht zwanghaft in die länge ziehen aber im moment ist alles gut also nicht sportlich das ist alles perfekt wäre aber vom energielevel her top und deshalb machen wir das noch ein bisschen aber du bist ja sobald ich das gelesen habe du wolltest eigentlich eine weile pause machen dann gab es damals ja liverpool du bist nach new york geflogen hast dich mit den eigenen getroffen und da auch in diesem treffen wurde eigentlich auch alles geregelt also vertrag und so war das eigentlich alles mit diesen new york besuch und wie besiegelt worden was sind das für fragen die ihr miteinander besprecht die du antworten die du brauchst um da auch dein billi drunter zu setzen dein versprechen was du ja auch gibst all in was was ich bin mir nicht sicher ich weiß worauf du was muss der verein sozusagen was was muss diskutiert werden damit ich sage okay oder welche fragen stellst du was musst du wissen für dich also dass du sagst oh jetzt habe ich ein gutes gefühl am all in also was brauchst du für die entscheidung ich habe muss man sagen ich habe jetzt ganz ungewöhnliche karriere die ich habe also ich habe dieses gespräch genau zweimal gehabt einmal mit dortmund und einmal mit sehr wohl ich muss mich nie bewahrt bewerben in dem sinne als es gibt das was wir zu einem trainer stelle frei ist und dann ist er auf einem etwas unteren level eine busche passiert sich für eine zweite liga denke ich auch wenn es irgendwie morgen weiß ich was ein zweitiges weil kommt zwar auch berater und über noch ankommen aber es gibt schon wahrscheinlich auch die dann anrufen lassen wir haben da einen für dich ja das musste ich nicht machen das ist also ein glückliche konstellation in situation ich muss sagen ich bin beide male relativ blauäugig hingegangen ins verein zu den verein weil ich habe zum beispiel in dortmund nicht ich wusste dass dort und nicht auf rosen gebettet ist finanziell ein paar jahre davor ja praktisch bankrotter das habe ich mitbekommen aber ich habe ich nicht jeden tag dort und berichte oder aktienkurse sonst war verfolgen gedacht oder rum wo die sind immer noch am straucheln so für mich war klar die haben bessere voraussetzungen als mainz gut also ein bisschen mehr geld als mainz top kann man machen ansonsten habe ich nur geguckt was ist die mannschaft und kann ich mit der arbeiten dachte ich ja okay wenn die dann sagen wir müssen was machen wir können auch neue spiele zu holen aber ich kann mit der mannschaft schon arbeiten und so war es in liverpool auch dort muss ich bin angekommen denn immer noch kein geld habe ich aber erst erfahren dass ich schon da war da kann man nicht nähe das kann man nicht und da nur ganz jung und so weiter und bei liverpool jetzt nicht genau so aber auf dem viel höheren niveau verglichen mit city united barma und den ganzen an und chelsea zum zeitpunkt ja völlig andere möglichkeit also viel weniger habe ich aber erst erfahren dass ich schon da war das heißt mir ging es in dem moment darum dass mir die leute mit dass meine chefs mehr mehr oder weniger sympathisch sind im sinne von ich will jetzt nicht mit denen jeden tag treffen aber die paar mal wo man sich sieht sollte man schon so eine art grundlage haben auf der man diskutieren kann die haben viel weniger ahnung von fußballer sich sind amerikaner wenn ich habe keine ahnung von baseball die wenig von weniger von fußball und direkterschiff hat sich das angeeignet über die jahre also bin ich schon darüber reden ist alles gut aber sonst stellen die mich ja als den fachmann ein die haben ein bisschen die strukturen erklärt und da hatte ich nicht mehr so viele fragen ich mochte den verein ich mochte erneut gelbe wand the cop atmosphäre wir hatten ein jahr anderthalb jahre davor mit liverpool freundschaft spieler entfällt dort da fand ich die umgabe ich habe ihn schrecklich weil ich dachte ich bin so ein fußball romantiker so riesen vorstehen was ja machen du kommst rein kann sich umdrehen und gerochen hat auch noch war ich nicht so cool ausscheinbar ich weltklasse wie leben sie es wie fühlen sie es wie gehen sie mit legenden um so das habe ich so ein bisschen geguckt hillsborough hatte ich natürlich im im hinterkopf und wusste dass ich den verein mögen werde und das finde ich irgendwie ganz wichtig könntest du philosophische frage jeden verein trainieren ja würde ich jetzt mal annehmen aber würde ich jeden fall ein gleich gern trainieren nein das kann ich schon mal sagen aber ja klar könnte ich also denke ich jetzt mal könnte ich irgendwann nicht trainieren also ich habe keine einmachtsmandasien aber wahrscheinlich könnte ich ja auch könnte ich mit jedem verein erfolgreich sein das weiß ich nicht aber trainieren erstmal könnte ich sie auf jeden fall ja doch die antwort können wir so geben aber du wüsstest nicht ob du es ob es dir so viel spaß machen würde oder richtig ja weil du brauchst du diese da sind wir wieder bei der wand oder bei der atmosphäre und bei dem wir mussten in mainz als ich als spieler da war hätten wir nackt spielen können die leute sich richtig gemerkt wir mussten ich bin an die uni gefahren und habe den leuten gefragt da waren wir schon erfolgreich in der zweiten liga ich bin trainer geworden und wir sind irgendwann mal das erste mal erster war 6000 leute im stadion bin ich in die uni gefahren habe die studenten mehr oder weniger beschimpft in der mensche wo war denn gestern und habe karten verteilt damit die kommen und wir atmosphäre haben bevor wir geld einnehmen und so weiter sind alle hingekommen irgendwann hat mir 20.000 leute im stadion und du hast kein einziges ticket mehr bekommen ich konnte ich trainer meinst von mir konnte kein ticket besorgen wenn er mich angeholt habe ich glaube ja mal kommen kann ich mehr nein einfache antwort nein ich kann niemand rein wenn genau die 20.000 die da sind die kommen jetzt und die sind abgegangen wie schmitz kratz also wir haben wir haben fußball zu einem thema gemacht in mann in dortmund ist es das thema ja ich weiß dass das leben viele wichtige dinge hat aber ich finde es auch ganz cool wenn man dann wenn es mal um fußball geht dann lässt man sich auch wohl darauf ein das liebe ich das liverpool auch so da gibt es noch nach klar musik dazu eine ganz tolle stadt ist er sich die schönste stadt der welt hat superschöne ecken aber eine ganz tolle atmosphäre momenten wo links bau das macht echt spaß so und das finde ich cool ich mag fußball sehr und ich mag es wenn leute das genauso sehen aber es gibt ja auch so eine ungeduld natürlich also gerade von besitzern von vereinen und wenn du weißt ich bin jetzt nicht der größte profi habe ich auch schon mitbekommen dass in oliver kahn relativ schnell weg war das trainer sich schnell auswechseln auch du sagtest schon das ist ungewöhnlich eigentlich dass du so lange bei deinem verein bist wie schaffst du es dass deine chefs nicht ungeduldig werden das weiß ich jetzt nicht so ganz genau um ehrlich zu sein wird dieses gespräch für ich nicht er hat nichts damit geduld haben oder so habe ich noch nie gesagt was glaube ich jeder dass so was wirklich im gespräch geklärt werden kann das ist einfach ein gefühl dass man sich erarbeiten muss miteinander genau es muss fortschritte geben das muss die richtige richtung gehen man muss die verhältnisse und die bedingungen des vereins nutzen und sie nicht ständig irgendwie kritisieren wir können ja nicht was soll ich sie machen wenn man den spiel nicht kaufen können und so weiter ist mir nicht schwer gefallen so ich möchte die maxi das maximale rausholen aus also auch im transferfenster ist bestmöglich aber in dem moment wo es zu ist bin ich keiner der sagt ja hätten wir mal dann könnten nein meine verantwortung ist aus dem was man hat alles rauszuholen und das mache ich super gerne ich glaube und er ist ja eigentlich ganz schwer weil ich weiß ich gar nicht in diesem podcast wird auch die bildzeugungen zuhören bitte irgendwas rausziehen was dann irgendwo wo ich denke aber was man mir gesagt hat also ich habe erkannt ich habe kann ich kenne viele trainer aber die kenne ich in situation alles gute typen sind ich bin kein komplizierter kerl also ist nicht so dass man mich ich bin keine die war ich komme nicht rein muss und ich gebe gerne mit leuten normal um und das mögen auch mitarbeiter im verein so das heißt deshalb können wir langfristig zusammenarbeiten wir können alles gewonnen haben in der welt ist verändert ich komme nächsten morgen in genau der gleichen hose und klein t-shirt und habe die kappe auf und genau wird denn nichts ändern so und das ist glaube ich dass ich relativ angenehmer zeitgenossen so das glaube ich hilft dass wir da bleiben und das werden ich mache kein probleme ich will das maximale rausholen will mein job machen vor der jeder auf weg aber auch alles zu geben kann auch auf den tisch hauen dreht leute hin dann mach all das aber nicht dadurch ich mache nicht weniger und die müssen alle viel mehr machen so ich mache mein part mit allem was ich habe und dann war das von anderen auch und außenrum können wir spaß haben ohne ende super atmosphäre mag ich total möchte mit jedem einzelnen können beste freunde werden absolut top also staff mäßig absolut top wir sehen uns waren urlaube zusammen alles gut aber in dem moment war arbeitet arbeiten das habe ich immer so gehalten weil ich kann es auch nicht erklären warum man mir so viel zeit gegeben hat ich weiß das nicht ich habe nicht um zeit gebeten im sinne von ich brauche fünf jahre sonst vorher können wir es nicht irgendwie aber ich weiß schon dass drei jahre habe ich immer so irgendwie gebraucht um irgendwie sichtbaren erfolg zu erzielen aber der nie weniger sichtbare weil in der tabelle nur ein bisschen ablesbar der hat sich natürlich früher eingestellt und wenn man uns mit meinem trainerteam bei der arbeit zugut stellt man fest dass wir wissen was wir tun so aber ich meine ich nehme mal an dass man das bei anderen also bei anderen trainern auch der fußball ist ein feld also das spannende am fußball zum beispiel das merkst du es bei dir du hast keine nicht viel ahnung von fußball ist es nicht schlimm aber es gibt wenn man sich vom ersten ab dem dritten lebensjahr mit quantenphysik und klavierspielen beschäftigen würde bei ersten vom ab dritten lebensjahr und klavierspielen fingerübungen machen also kann man vom ordentlichen niveau kommen um klavier zu spielen sehr gutes niveau du kannst mit von dritten lebensjahr und kicken und bist 45 man kann es immer noch nicht aber ist wahnsinnig wenn du kein talent hast wie wen und trotzdem macht es ihnen so viel spaß und das gleiche passiert sich mit fußball beschäftigen das wird in keinem bereich hört man früher auf weil sich weiter zu bewickeln als im fußball sie stammt sich parole muss aber reinschießen weil den kann ich aber auch das kann ja gibt es nirgends mehr als im fußball und das ernährt meine familie seit jahren relativ gut alle lieben es ja und trotzdem hört das fußball verständnis recht zügig auf wenn man kein spiel total genießen und muss nicht bis ins letzte datei verstanden haben man kann auch eine oper genießen ohne zu wissen wie der da unten das instrument spielt oder wie die die stimme trainiert hat über die jahre es geht ja alles wunderbar ist auch fein und das genau im fußball dasselbe so das heißt nicht dass es im fußball leute gibt die keine ahnung haben und trotzdem damit ganz ganz viel richtig gemacht haben es heißt aber dass das gesamtpaket das ich über die jahre mit meinem trainerteam geboten habe so viele facetten abdeckt der ganze geschichte dass es auf sicht erfolgreich sein muss und was ist erfolg also nicht alles gewinnen und noch mal weltherrschaft das nicht aber eine große weiterentwicklung wird stattfinden und das ist jetzt über die jahre immer so gewesen aber gibt es da nicht irgendwo auch so eine also diese weiterentwicklung wie weit kann man das denn noch drehen also so ne ich es ist ja dass die die leistung die ein spieler bringt die die zeit die man das guckt man an jenes guckt man an es ist ja also man also ja es interessant fragen ich weiß nicht aber wenn man feststellen wenn man mich vor 20 jahren gefragt hätte hätte ich nicht gedacht dass der fußball so viel weiter ist in 20 jahren das weiß man nicht wenn man mal sehen was in 20 jahren geht die also was um fußball weiterzuentwickeln muss man den richtigen leuten zeit geben mit den protagonisten zu arbeiten das heißt training das bedeutet wiederum man sollte etwas weniger spielen das wird schwierig weil das wird eher andersrum gesehen von den verbänden die hauen immer mehr spiele rein und da können mir trainer sagen was wir wollen das interessiert den feuchten dreck aber das würde sicher extrem helfen wie ich in allem leben also kann ja wenn man mit drei aufhören würde zu lesen zu lernen aber von dem moment dann aber keiner wird mir irgendwas erklären aber du lest einfach auf dem niveau einfach weiter gut irgendwann wird man verstehen aber doch okay aber so richtig gut wird es jetzt auch nicht ja vielleicht kein tolles beispiel aber ich meine training ist echt wichtig im fußball und das wird zu weitentwicklung führen tempo aber wie in allen bereichen wer hätte gedacht dass man marathon unter zwei stunden laufen kann man geht also müssen einige dinge zusammen kommen aber tatsächlich geht und so wird es weiterentwicklung geben taktischen bereich und so weiter deshalb geht das schon und ich habe gerade gesagt in keinem bereich hören die leute so früh auf sich weiterzuentwickeln aber weil sie schon so gut darüber diskutieren können das geht in meinem job nicht in deinem als bei den anderen ja genau als fußballtrainer für mich bedeutet das in dem moment wo ich das tue läuft ja der andere fährt der andere zugang mir vorbei und ich komme da nicht mehr hin also ich muss im grund ist denn im idealfall ein schritt vor vorher schon da sein aber wenn nicht muss ich auf jeden fall gleiche geschwindigkeit mit gehen und das ist genau das was wir tun und das da hilft mir dass ich also mittlerweile ein ganz ganz junges trainerteam habe die über die es ja so richtig losgeht und die ja jede tür ein rennen wollen und das hilft total dass du dann ziehst du auch mit und bist klar und ich bin ja ich bin ja ich habe die fahrer ich bin es ist schrecklich aber im trägingsgelände arbeiten 80 leute und bin wenn es molly unsere physio nicht da ist die älteste mal ätafferell ist auch älter zum glück der ich nur geholt weil er ist aber so mit dritt älter sind die ganzen anderen jungen leute die rennen da rum und machen ja dann betrieb und ist ja gut und wirbeln staub auf und das gut und ich muss dann durch den staub durchgucken was können davon gebrauchen und was halt nicht und so läuft das ja ab und ich bin jetzt super interessiert ich bin total neugieriger mensch grundsätzlich aber da halt auch und man kann wir haben jetzt hier wieder die neuroleven jungs wir waren die ersten wahrscheinlich in ganz europa die diese kollegen her geholt haben die hirnströme messen und dabei feststellen welchem in welcher stimmung also praktisch man sein muss um den perfekten standard zu lösen aus für elf meter freistoß und so weiter und in der stimme also in der stimmung die 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 hirnströme wie fließen sie in dem moment und so weiter was ist das und die messen das und dann wenn die jungs ein hinweis und dann treten sie an da werden den anderen sagen wir alles ja hokus pokus es ist natürlich nicht ist hunderttausendprozentig ausgereift wahrscheinlich auch nicht aber viel viel weiter und interessanter als ganz viele andere dinge die ich jemals gemacht habe einfach weil natürlich natürlich wer wer davon beeinflusst natürlich ist das wichtig und stelle sich vor wir könnten tatsächlich unsere perfekten momente nutzen um die wichtigsten dinge zu machen und sie würden sich aber durchflutschen aber jetzt wäre das gerade gegangen ist aber ich hätte das was kann mein handy genau bestelle ich das vor oder so dingen bin ich super interessiert und total offen für uns wird nie aufhören dass ich den job nicht mehr mache würde ich halt irgendwie keine ahnung wie das digest gibt es ja ich glaube ja ja aber ich dann irgendwie lesen und warten bis die irgendwas drüber schreiben was also dieses früh aufstehen und am start sein also sehe ich ja auch heute dort ihr habt gestern gespielt gegen spät ins bett aber du bist ja wir sind früher morgen und du bist voll am start was motiviert dich da einfach weiterzumachen jeden morgen aufzustehen go 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 kein problem also ich weiß weiß ich nicht also es ist nicht so dass ich jeden morgen aber im grunde ist es so wenn ich ganz ehrlich bin also wenn meine wenn die familie gesund sind und irgendwie und ist wirklich die soll im besten nicht mal ein schnuppen haben um ganz ehrlich zu sein oder dann denke ich habe ich ja nichts anderes zu denken als daran was ich mache da ist alles anders geregelt sorgt der ola für ist alles top und dann kann ich wirklich daran gehen und das und ich drehen ist ja ganz extrem so schon morgen früh telefoniert da ist alles gut so und jetzt wird außer mir alles geregelt das heißt ich kann mein zeugs sozusagen machen hat da echt bock drauf es ist ganz wichtig im leben dass wenn man glück hat dass man es eben erkennt wo es dann auch irgendwie pflegt ich hatte mehr glück als verstand dass ich das weiß ich einzige was echt machen wollte machen darf in so einem verein für so lange zeit wenn ich keinen bock hätte ich wäre der größte hammer auf dem planeten ich würde das überhaupt nicht verstehen ich würde mich selber hassen dafür dass ich denke wie du kannst es nicht mehr wertschätzen wie verrückt ist das aber sollte der tag kommen wo ich morgens aufwache und es ist mir irgendwie lästig dass die ganzen leute draußen gerade auf mich warten und ich soll irgendwas sagen da gehe ich ist keinem ohne wenn und aber ich will niemand belästigen mit meiner anwesenheit aber es ist ja nicht so ich habe ein mehr glück ohne witz abitur 1900 bam bam ein paar und 80 der jahre hat bei der abitur ich habe den sportpreis gewonnen ein bisschen peinlich alle meine besten freunde sprachen und naturwissenschaften preis haben also drei kumpels standen oben bei glaube ich 400 abiturienten oder so wir drei haben die preise gewonnen und bei denen hatte ganz viel hoffnung gehabt berechtigterweise und bei mir gesagt ich hoffe dass mir fußball klappt sonst sehe ich schwarz jürgen und so über das mikro und bis zu dem moment war mir gar nicht bewusst dass ich so eindimensional talentiert bin dass es mir da so aufgefallen hat ja ja und für den schwarzwälder auch das mit fußball klappt die wahrscheinlichkeit war nicht so wahnsinnig großen ich bin echt froh dass es mit fußball klappt hat ich hätte schon noch was anderes machen können aber halt nicht so gern und mit allen nebengeräuschen die nicht cool sind ich brauche die öffentlichkeit also gar nicht dieses ist unangenehm ich akzeptiere das ich weiß die deutschen denken wahrscheinlich hat er macht so viel werbung kann keine wunder dass der ist dass er natürlich muss in jeder kennen so bewerbung weil ich hier wohne ich weiß wir wurden deutschland und habe gedacht ich war echt erschrocken habe ich sehe mich jetzt die ganze zeit habe aber festgestellt ist nur wenn man sky hat glaube ich hauptsächlich weil ich ganz angenehm und es gab ja kein fußball der zeit also habe ich mich nicht gesehen ich mache das nur um das leben der nächsten generation auch werbung mache ich für die familie da will ich nichts mit zu tun ich finde das ist mir völlig wurscht eigentlich wenn ich gerade zeit habe kann ich das natürlich auch mal ich meine diese öffentliche diese öffentliche person ist mir total unwichtig und eher lästig dass ich nicht rausgehen kann ist ein bisschen doof dass mich alle kennen ist ein bisschen doof nicht schlimm aber ein bisschen doof würde schon auch gerne immer durchflutschen und keiner wird es auch ganz nett alles andere liebe ich diese den normal one diese tasse die du hast du dir jeden morgen trinkst wenn du in deinem büro bist ist das fällt dir das schwer so weltspitzenmäßig den normalen zu bleiben da war ich mir kein gedanken drüber ist eine kaffeetasse oder teetasse das weiß ich weiß ich meine das bleibt es ist ein spruch auf ist nicht dass ich das ich fühle das nicht ich habe davor nicht gedacht ich bin der normal worden und ich jetzt auch nicht jeden morgen stehe auf mir normal ich weiß was daraus gemacht wird es war eine antwort auf eine frage die nicht vorbereitet war denken wahrscheinlich leute ich jetzt irgendwie special war normal und gar nicht ich war nervös einmalig wirklich nervös von der pressekonferenz aufgrund meiner sehr durchschnittlichen englischkenntnisse wollte ich natürlich jetzt nicht ich mag lola matthäus wirklich gerne mit uns ein paar mal getroffen super typ aber ich wollte nicht anschließend youtube-videos finden mit mir dann thank you for traveling whatever das war jetzt irgendwie das wäre jetzt ein bisschen lästig und ist dabei als habe gar nicht über die antwort nach was sie fragen können sondern bis zum versuch zu halbwegs den wortschatz in drei vier tagen von 30 worten auf 80 zu erweitern weil viel mehr zeit hatte ich ja nicht und dann kam die frage bauer special one und dann kam der normal one und natürlich bin ich ein ganz normaler kerl natürlich und das wird dann daraus gemacht und man für einen ganz günstig kommt davon glaubt mehr t-shirts verkauft als von allen anderen gibt tassen davon da habe ich auch einen das ist aber ich habe nicht ich stehe ich morgens auf und muss mich dazu zwingen normal zu sein ich bin normal also ich bin normal muss überhaupt nicht so viel tun ich kann nichts also ich bin ganz viele leute die alles was ich kann besser können also zu hause kann oder absolut jedes einzelne detail des tages aber auch besser das kratzt null an meinem selbstvertrauen ich bin total happy dass ich mit dem mädel zusammen bin und passt ja ja ich kann für die öffentlichkeit quatschen ohne mir gedanken zu machen also aber ich bin ganz normale kerl und das wird sich ja auch nicht ändern nur dadurch dass irgendwie leute das anders sehen das ist das das meine ich gar nicht in dem dass es andere leute anders sehen können sondern manchmal ist es ja auch in so einem also einer weltspitze unter weltbeobachtung permanent auch mit vielen leuten und mit anderen anderes geld was da unterwegs ist und so weiter und so fort es ist ja einfach eine andere ist ein anderes level als mainz 05 oder oder glatten ja und dass ihr leben das leben nicht also ich habe also erreichen mich relativ einladung aus deutschland zu irgendwelchen dinge als eingeladen als war da schon king charles wahrscheinlich king charles und in deutschland waren wer zu goldenen kamera sonst irgendwelche eingeladen wahrscheinlich irgendwann in unserem leben wenn wir mal hingehen man nicht anziehen und hox da irgendwie mit dabei habe ich könnte wir hätten als unter 20 jahren bei nahezu jeder veranstaltungen sein können war man nicht mit sich aus politischer überzeugung passte anzug noch weiß ich gar nicht also ja muss einen neuen kaufmann sondern das machen eher so diese gedanken ist jetzt nicht so dass ich mir irgendwie sachen parat liegen habe und denke okay wenn die nächste einladung kommt nur noch in die schuhe schlüpfen und los geht's also das sind wir jetzt einfach nicht so richtig das heißt nicht dass ich irgendwann mal wenn ich mal zeit habe und die wochenenden nicht komplett verplant sind dass es nicht mehr passieren können aber wir leben dieses star leben nicht wir wohnen größer ja das stimmt wir machen teure urlaube wahrscheinlich weil wir so gewisse zeit abschottung brauchen der alltag in diesem größeren haus ist völlig normal dann nimmt es keiner irgendwas ab ja klar man putzt einmal die woche und so weiter aber das ist nicht so dass wir jetzt irgendwie hausangestellten hätten und die herr klopp ja es ist bald jetzt frei der kanarienvogel das haben wir nicht ja genau das haben wir nicht und ist also echt normal deswegen dass wir jetzt total ich verstehe das weil ich ich versuche es mal so vorzustellen wenn mir jetzt jemand erzählen ich habe gestern pep gardiola getroffen in wir und wir nicht das aber ja wo war wie war es ich kenne pep natürlich ganz gut aber könnte nachvollziehen dass es für denjenigen der mir das erzählt was ganz besonderes wer erzählt er die selbe geschichte wird würde die mich erzählen könnte ich 0,0 nachvollziehen was daran besonders sein sollte ja aber wahrscheinlich wäre es für die leute da war der klopp ja wo sollen sonst gewesen also aus meiner sicht ist ich kann mich einfach nicht in dieser rolle sehen und tue es auch nicht ich habe noch nie also wenn ich jetzt erzählt habe in letzter zeit ich treffe dich und das ist jetzt nicht dass ich nicht treffe ich sondern das ist wer kommt als nächstes und erzählt man das so und es hatte ich noch nie zuvor dass leute sagten kannst du kannst du kannst du kann dir das machen kann ich denke so habe ich auch gedacht interessant dass du das so hast also das ist diesen also so auto diese autogrammwünsche also das habe ich noch bei keiner person die ich interviewt habe habe ich vorher von leuten autogrammwünsche gekriegt und bei dir ist das wirklich auffällig seit versucht früher zu beschreiben und um die skurrilität dieser situation und ich habe damit wirklich kein problem also mich zeit abgeben ich autogramme ja ich keine abgeblich keine früher habe ich auch dann autogramm gegeben wenn ich keine zeit hatte und das war echt anstrengend heute akzeptiere ich dass die leute denken aber es hast du mein augen an der kerl oder gar nicht jedem den wunsch erfüllen aber soweit es geht geht es mache ich es wie ist der herzschirurg schon so lange dass die geschichte ich glaube bernard so einer der ersten großen herzschirurgen bernard glaube ich sein aber ich bin der und ich zusammen raum kommen würden wenn die wer sind ja penner neben klopp das ist die welt das gibt es doch gar nicht der eine kann im offenen herzen operieren und rettet uns allen das leben und wir wissen nicht und wenn das uns erzählen würde ich übrigens ich bin herzschirurgen kann im offenen herzen würde interessant gehen wir zur seite ich brauche ein bild mit dem klopp ja und da weißt du genau was ist denn das was ist denn hier los das ist einfach ein ding man sieht man kennt mich aus dem fernsehen aber bei fußball ist wichtig also in momenten ja und ich bin so zu sagen aber ich habe das auch wenn man mich fragen also nicht genau so aber ich würde zum beispiel mit wem jetzt gerne ein bier trinken gehen wenn ocean sie leffen da finde ich irgendwie alle wieder mit spielen können wir vorstellen können witzig werden in das weg auf jeden fall ja absolut und warum denn nicht dann setzen wir uns einmal hin und haben das aber und trotzdem ist es die wahrscheinlichkeit sehr groß dass ganz normale kerle sind sehr groß und das ist eben in dem fall auch so aber für mich das beispiel ich habe gestern pep gardiola getroffen und wie war und ich habe ihren klopp getroffen und ich stelle mir die frage was soll denn daran besonders sein und das ist halt so aber ja macht ja nichts ist wie gesagt das gute eine ganze geschichte ist und da ist meine familie echt gut ernährt und das war ja direkt nach einem abitur jetzt nicht klar dass das ist dass die richtigen wege laufen würde und das bin ich schon sehr glücklich so gibt es denn sachen also ich kenne das ich bin großer coldplay fan ja verstehe ich und was die so haben also die sind ja auch immer größer geworden die riesen olympiastadion berlin mit drei firma ausverkauft und es gibt schon etwas bei mir so als fan dass ich denke ach mensch damals so im in der arena in berlin wo nur 6000 waren das war schon auch echt besonders und ich kenne das auch von denen dass die manchmal sagen ja diese club touren das war schon auch super und wir versuchen jetzt unser bestes auch so ein stadion zu einem club zu machen gibt es so momente wo du auch dinge von früher vermisst ich vermissen aber es ist eine schöne geschichte ich habe mit dem vermissen ist es so ein bisschen so es wäre so als ich bin 56 ich vermisse dinge hat von der zeit als wenn ich 36 oder 35 war wenn mich aber tatsächlich fragen würde an welchem alter wirst du gerne jetzt mal ganz kurz zehn jahre kriegen wir sagen jetzt ja ja möchte tatsächlich sagen jetzt als ich bin weil ich bin ich bin die beste version von mir selber die ich kenne viel ruhiger viel abgeklärt weiß mehr im umgang mit den alltagsproblemen jetzt aber früher was besser war als ich so anfang angefangen als trainer da waren wir im trainingslager und da konnten wir noch alle raus so da haben sich keine ahnung da waren wir irgendwo in haselünne und aber schützenfest wir haben uns einfach hinter kein mensch gewusst wer über dem zelt sitzt und wir haben einen riesen spaß gehabt und ich durfte schon meinen traumberuf ausüben und habe schon ordentliches geld verdient keine ahnung wie dazwischen drin sitzt und sich aber mal so richtig einen rein denken war das cool absolut wollte ich das heute wieder haben weiß ich nicht also ich meine klar war das angenehm dass ich das machen konnte und klar das schön wenn ich den job auf dem niveau auf den ich heute mache machen dürfte und dann aber in dem moment wo ich raus ach zu schröder ja einfach pericke runter fertig brille ab los geht's jetzt hier können wir machen was wir wollen das ist keine schlechte idee um ehrlich zu sein das geht bei mir jetzt leider nicht mehr aber ich vermisse nichts um ehrlich zu sein das ist alles so gut das ist echt da habe ich keine no regrets und noch mal vor 6000 leuten zu spielen in mainz ein halbleeres stadion ist aber es ist einfach nicht so cool ja musstest du dich an manchen sachen anpassen also das eine ist ja man hat so man will so etwas entsprechen wir haben erst über das ganz am anfang über dieses wie will man als trainer vielleicht sein aber dann gibt es ja auch in dieser liga jetzt liverpool diese weltliga musst du sachen verändern ich habe gelesen so eine anekdote die ich witzig fand ist als du mainz gespielt hast dass sich der hamburger sv beobachtet hat und es ein dossier gab berichtige wenn es falsch ist nicht stimmt und dann löchel in der jeans lächel der jeans raucht kommt zu spät ist flapsig im umgang mit der presse ja genau und das war quasi die beurteilung von mir und musstest du sachen davon auch verändern im sinne von ja ich bin jetzt hier aus liverpool oder das wird jetzt nicht mehr so gern gesehen oder also so gibt es so zum glück nicht okay zum glück nicht aber ich dachte wusste natürlich nicht bin nach dortmund gekommen habe gedacht am spielfeldrand sie im trainingsanzug ist auch ein bisschen keine ahnung lästig oder sonst versucht in jeans und schwarzem hemd oder ja ich glaube also so ein bisschen seriöser zu werden ich habe einmal angefangen mir gedanken darüber zum was treib ich im spielfeldrand was mir grundsätzlich völlig wurscht ist das ist der hauptgrund für den trainingsanzug weil er wird mir hingelegt dann ziehe ich an gehe raus kappe auf weiter geht es ganz komisch wenn ich mir und es gibt andere spieltag ist ein festtag das ist was besonderes und alles gut also ist ja um himmels willen gibt es ja kein recht oder nicht recht ist einfach nur der denkt also ich sehe das so und für mich das echt habe ich aber versucht im antwort habe ich also wenn so ein hemd überall zieht weil ich ganz komisch habe auch viel mehr kilo gehabt damals keine wahrscheinlich zu der dicken zeiten dort und wahrscheinlich zwölf kilo mehr als jetzt so und dann habe ich das versucht er und bedacht er muss man verändern dort noch relativ zügig festgestellt quatsch wollen wir nicht alles klar fallen und zurück und in liverpool da war es ein bisschen so dass in liverpool ganz in england ganz viele trainer im anzug an der seitenlinie stehen und ich weiß nicht ob ich jetzt der erste war aber habe ich den trainingsanzug auch eingeführt dann ist es so dass in englern die mannschaften ganz oft im anzug zum spiel fahren also im anzug ins hotel schlafen und dann im anzug zum stadion reden wir anzug anzug schicken wir haben mit krawatte also ich kenne sich viele anlässe wo man also beerdigung hochzeit und so weiter ist ja klar und irgendwann für jubiläum natürlich habe auch wenn ich habe smoking da tragen trage ich aus also also habe ich einen verein gefragt kriegen wir da geld für also wie viel wie viel bekommen wir dafür das tragen habe ich ja nie wie nie wir kriegen die anzüge quatsch ich sage ich habe ich ich renne doch nicht im anzug die ganze rum wenn der verein dafür keine kohle kriegt also quatsch so wir waren im trainingsanzug das kann mein nachfolger gerne wie der anderen ist alles fein aber ich finde das ehrlich gesagt total lästig ist einfach der anzug verstehe ich aber das heißt du musstest dich nicht anpassen dass er nicht so darum geht es also im grunde habe ich so ein bisschen geschafft dass wir sich meinem schluri look da irgendwie angepasst ist ja auch nicht so cool bisschen wenig klasse aber die man können ja auch alles machen es gibt ja ganz wieso gibt andere mode brands die man würde man city zu machen macht das ganz cool wir haben ganz cool chinos an und so weiter bin ich auch dabei aber dieses also mit krawatte hochziehen das fällt mir schwer wir müssen so langsam glaube ich ins ende kommen du hast du bist du bist du von der zeit alles gut bist du entspannter ja ja also wir haben jetzt sozusagen entweder noch zehn minuten oder noch 20 minuten 20 minuten habt ihr mehr zum schneiden weil dann können wir noch ein bisschen blätter ich noch mal zurück noch ein bisschen über führung sprechen darauf bock hast das ist das thema das mit mir die meiste am meisten besprochen wird das heißt wenn ich irgendwelchen eingeladen werde ja oder irgendwelchen managern spreche dann geht es eigentlich hauptsächlich darum ja ich habe damit mal angefangen also vor gruppen zu reden als ich immer trainiert mainz waren aber immer so ein lang von der volksbank mainz bekommen und ob ich darüber reden können dann habe ich das gemacht und dachte du bist nicht genauso was sie reden wollen haben sie und dann und dann habe ich gedacht okay das ist ja leicht verdientes geld so fünf sechstausend für so ein ding und er hat oder das gemanagt und ich dann unter der woche bin ich irgendwie auf dem land rum gefahren und irgendwelche versicherungen banken und habe dann angefangen über leadership zu sprechen aber halt komplett unvorbereitet einfach nur aus dem nähkästchen geplaudert und es war super leicht verdientes geld also aus der hüfte geschossen sozusagen und habe ich lange aufgehört ist mittlerweile übrigens aber damals war es irgendwie cool ich wollte wissen ob es geht das was hat mich so ein bisschen dass ich kann ich das ja und zwar stand vor der tür und der pulle angerufen sagt wenn ich jetzt reingehe wer sitzt da so unvorbereitet war ich also waren eigentlich ein experiment aber das heißt ja eigentlich auch dass das führungsverständnis was du hast eigentlich gar nicht so sehr erarbeitet ist sondern es ist geliefert oder naturell naturell natürlich ich bin ein also wenn man das beschreibt wird scheinbar ich bin natural leader sagte ich habe mit einem du kannst dir wahrscheinlich auch denken wen aber ich habe mit einem ehemaligen spieler von dir gesprochen und der sagte dass du schon mit anfang 30 die weisheit hatte die er erst bei trainern hatte dann später oder gesehen hat die schon total also die wesentlich älter waren als du also der hat sozusagen in dir schon diesen mit mitte 30 anfang 30 diesen den den alten weisen mann ich habe keine ahnung welcher spieler sein könnte der mich so gesehen hat das ist ja gut aber diese das heißt es ist dir eigentlich so also ich frage mich natürlich oft auch wie schaffen dass leute dass die irgendwie so weise sind also wie woher kommt so ein wissen haben die wahnsinnig viel gelesen aber das scheint dann ich hab ich habe gar nicht übernacht erwachsen geworden sozusagen mit 20 wie viel vater geworden und das in dem moment war ich erwachsen also das heißt so die verantwortung übernommen und so weiter das heißt ich habe mir immer gedanken darüber gemacht über zwei leben meins und seins also was bedeutet wie beeinflusst mein leben sein leben und so weiter und umgekehrt natürlich einfach was soll ich mitgeben wo heiß die füße stelle hat und natürlich mein vater im hinterkopf der wie gesagt der generationen stammt wo keine vorgeschläge vorschläge gemacht wurden und das hat mir so ein bild gegeben für erziehung und im grund ist der trainer sein nichts anderes das heißt nicht dass ich erziehe aber tatsächlich leiten führen durch bestimmte situation davon sind wir zu 90 minuten finden auf dem fußballplatz statt alle anderen das ist das normale leben und das ist daraus entsprungen gemixt mit gesundem menschenverstand den ich als mein wasser wieder jetzt klingt als mein größtes talent beschreiben würde gesunde menschen stand ist mir total wichtig und wenn ich feststelle dass leute überziehen und denken warum regen uns jetzt darüber so auf ganz schnell respekt und den leute warum blasen wir so auf einmal kurz nach vorne gebeamt ein jahr zurückgeguckt ist kein problem mehr warum machen wir setzte so ein riesen ding ich verstehe das nicht und habe ganz oder muss ich sagen für meinen söhnen über die jahre die größte mich die größtmöglichen komplimente bekommen ohne dass es mitgekriegt haben mit dem du hast mal gesagt und das habe ich mir gemerkt so ist das so wie die das im zimmer gegangen bin ich habe ich mir nie vorstellen können so ist die diese diese dieses szenario mein vater hat immer gesagt früher sowas in der art welches künstler aus filmen oder so weiter ja mein vater immer gesagt und ich kann das nicht an deswegen meine ich ich mache mir extrem viel gedanken übers leben fast die ganze zeit und ich habe keine ahnung ob das zu weisheit für das führt zu meiner sichtweise und die halte ich nicht für die einzig richtige es ist nur die die ich vertreten kann und ich vertrete die so auf der basis des von mir verstandenen und dann ist es natürlich richtig für mich das heißt ja nicht dass ich jetzt nicht meine meinung durchsetzen gegen alle widerstände und sagen halt mal die schnauze und hör zu wie ich das sehe aber für mich ist der einzig mögliche weg und der ist dann für mich so richtig und das geht es und deshalb wahnsinn dass die spieler also die spieler der spieler das empfunden hat weil ich habe natürlich meine ich habe nicht die sicherheit empfunden in dem moment dass ich schon als schon wüsste wie das ganze abläuft aber ich habe mir sehr viel gedanken darüber gemacht das stimmt über das leben schreibst du darüber also du bist alles im kopf dann ja ja alles was ich mir nicht merken kann ist nicht so wichtig ist andere regel und ich finde ich wie man bleibt einfach so sehr drin hängen mein manager markosige der hat mir zum 50 geburtstag ein großes bild mit sprüchen von mir über die jahre er so aufgeschrieben hat hatte mir geschenkt ist bei uns zu hause habe eine toilette also große toilette und dahin zu uns große bild und wenn du drauf siehst auf dem pot dann kannst du so lesen was habe ich das denn gesagt so und was steht da zum beispiel drauf ich habe mir abgewöhnt dinge zu wollen die ich nicht haben kann ich finde es einfach ganz ganz ich finde es wichtig dass man dinge haben will träumen bauer einmal immer feststellt geht nicht und man hängt dem immer nach hält das total auf das ist wie als es wie der nachbarn größeres auto und als eigentlich mein auto ist toll alles ist super bringt von a nach b richtige farbe bauer und ist abbezahlt nachbarn sportwagen also die ganze zeit denke ich schon auch cool und so sehr dass ich eigentlich mein wagen nicht mehr wertschätze weil der dreck sagt ein sportwagen fährt und das habe ich nicht das denke ich mein auto super und deshalb ich möchte diesen sportwagen nicht haben bis es möglich ist und dann kann ich werde ich meinen sportwagen kaufen falls ich dann immer noch ein will aber das jetzt hier sitze und meine alltag mein leben weniger positiv einschätzen aufgrund des naja möglicherweise besseren alltags meines nachbarn oder mitmenschen oder sonstwas das habe ich nicht und deswegen kann ich mit dem was ich hatte war ich immer glücklich und trotzdem hat sich ordentlich entwickelt das habe ich nicht aufgehalten wie gehst du damit um also als als trainer mit deiner mannschaft diese ist es ist es braucht ja eigentlich zumindest meine ich dass als totaler laie sondern eine balance zwischen die müssen total selber denken ja und die müssen mir aber auch die müssen wir müssen mir folgen oder mich folgen wir wollen wir folgen ja der nicht mehr und die aber wie kriegst du die ballons sind also ich habe eine interessante oder kleine geschichte gehört vom jordan henderson ja das der kapitän dass er sagte es gab ein es wurde verändert als du angefangen hast die trainingszeit wurde verändert die wurde spät war nicht mehr frühmorgens sondern spätnachmittags und es gab ein paar spieler die sagten was sind irgendwie nicht so geil kannst du mit ihm mal reden und er hat versucht mit dir zu reden er hat mit mir er hat mit dir geredet und du hast gesagt zeig mal die die das gesagt haben wer war es der wollte nicht verraten und wenn sie na gut dann sollen sie persönlich zu mir kommen dann ist niemand gekommen weil du eben auch eine offensichtlich autorität ausgestrahlt hast die klar sagt ja nehmen müssen wir schon erklären warum er was geändert haben will ich kann erklären warum ich geändert habe dann müssen wir die eine bessere erklärung haben dann kann man reden man kann über alles reden ist nur wahnsinnig wahrscheinlich dass am ende doch gemacht wird was ich sage der grund dafür ist nicht dass ich so wahnsinnig schlaube der grund dafür ist dass ich viel länger nachgedacht habe darüber als die anderen also ganz viele dinge zum spieler sind also wir drehen wir jetzt mit das so ein quatsch da kann ich das niemand das mann gehen wir hoch beim impuls ich habe die entscheidung getroffen weil ich werde das macht keinen sinn dass man kann es den massen und deshalb machen das und wir bauen flutlicht und wir spielen sowieso nachmittags und so weiter und so fort also ist die wahrscheinlichkeit groß nicht aus prinzip es wird so gemacht wie ich sondern weil es dann sehr wahrscheinlich der richtigere weg ist weil du länger darüber nachgedacht dass und du weißt dass diese reaktion jetzt nehmen wir mal an ist das spät ist einer persönlichen ein persönlich empfinden heraus ungünstig für mich meine ist übergeordnet so und jetzt ist es jetzt kommt sie was wir am anfang gesagt hast dass die spieler mir zum einen total vertrauen müssen auf der anderen aber trotzdem auch alleine entscheidung treffen müssen also genau da ist ja wirklich genau wie eine fahrte rolle für eine fahrte rolle du bleibst ja irgendwie verantwortlich aber du hoffst ja dass die voraussetzungen die du geschaffen hast dazu führen dass sie sich alleine zurechtfinden und das war ja anfangs gesagt das war der moment wo ich jetzt gedacht habe ich gut hingehauen so ist wirklich cool und das beim spielern ist ja so ist ja auch so und das bedeutet auch wiederum es führt dazu natürlich müssen die jungs auf dem feld dann eigene entscheidungen treffen aber die müssen basieren auf dem was sie gelernt haben heißt wenn sie falsche entscheidungen treffen wie kann ich mich da rausnehmen da heißt so gehen haben sie habe ich die basis ist nicht gut genug so natürlich immer noch menschen und wir genauer wenn wir ein bisschen doof sind meine falsche entscheidungen treffen so weit aber das kann ich ja nicht meine generelle sichtweise seien sie alle behämmert es geht also tatsächlich darum dass man genau dieses genau und das mit 20 fahre geworden genau diesen rahmen schafft wo man sich dann selber bewegen kann und das ist mein ständiges bestreben dass man einfach so eine breite palette an handlungen an maßnahmen schafft das ok wie in einem werkzeugkoffer schraubenzieher hammer säge feile jetzt los und du entscheidest da ist ein loch hau nagel rein oder macht mir was auch immer wenn du entscheidest was machen aber ich habe dir gezeigt wie man die ganzen dinger nutzt und das ist der plan das heißt du bist vom beruf eigentlich nicht trainer sondern du bist eigentlich vom beruf väterlicher freund und trainer ja und trainer weil das eine hat ja also dann gibt es ja noch den rein fußball technischen bereich den aber nicht vergessen nur endet das ja bei mir nicht und egal welcher trainer in der vergangenheit aber immer eine prägende persönlichkeit wenn er länger da war für die jeweiligen spieler dass wenn ich spiele immer so bestätigen und manchmal so als was so behämmer die zeit zusammen und es hat die unterschiedlichsten pädagogischen ansätze gegeben man hat vielleicht mal hat er schon mit ihm gesprochen aber es ist immer für mich felix magert sprechen ich glaube dass unsere ansätze sich schon dramatisch unterscheiden und da heißt nicht richtig oder falsch und es geht aber darum sowas führt zum erfolg in unserem geschäft und was ist mir am nächsten so ich könnte nicht meine art verändern um erfolgreicher zu sein also komplett rein und sagen so ab jetzt bin ich diktatorisch und die jungs schnauze halten und geradeaus und so könnte ich nicht will ja null wohlfühlen mit wenn wir einem garantieren dass erfolgreich selbst dann könnte ich nicht und deswegen habe ich das große glück dass ich so wie ich bin kann ich mir ein umfeld schaffen in dem ich so sein kann wie ich bin und wo ich dann damit den jungs am meisten helfen kann und das ist der plan der ganze geschichte wann hast du in deinem ganzen tag an dem du das alles so machst mit früh aufstehen abends bett gehen wenn der wenn der bus und wie kommen dann hast du zeit wirklich um nachzudenken und dir wirklich also nicht nur nachzudenken sondern ja auch in einem in einem modi zu kommen wo du nicht in der täglichen reaktion bist sondern eben auch über konzepte nachdenken über ja über also über die größeren überliegenden dinge also ich würde sagen ständig also natürlich nicht immer ganz 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 oft in momenten also weil die 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 momente wo an dir gezogen wird und wo jeder an was man die tür auf und zu geht auf und zu gehen auf und zu geht das sind jetzt nicht aber dann links und rechts davon geht es relativ schnell wieder weil die die kleinen lösungen für die kleinen probleme ist alex immer auf dem passieren was man sonst denkt deshalb ist immer so wichtig also ich habe einen tagesablauf stand früh auf logischerweise habe sechs oder sowas bin ich wach macht dann glücklicherweise mittlerweile so anderthalb jahre so jetzt dann mache ich dann ein bisschen sport was echt hilft und was echt total cooles da habe ich zeit und geht dann ins büro da habe ich zeit auf mich dahin im büro trainingsvorbereitung wird mittlerweile viel 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 von von co-trainern abgenommen ich muss dinge absegnen und zwar viel zeit dazu und nehmen sie mir auch ich nehme dann derzeit wenig information weil ich bin nicht ein zeitungswühler mal gucken was da noch passiert ist und danach passiert ist ich nehme diese dinge dem in der oder passieren eher so nebenher war im radio oder sonst was ich das hier natürlich was in der welt passiert ist ja klar aber nicht so klein kam und habe also ganz viel zeit bis damit zu beschäftigen mein genereller blick aufs leben macht einfach ich nutze im kunden so warum konnte ich damals jung eine ein vortrag halten vor versicherungen angestellt den sie sich auch selber aus dem buch holen können also auf meine art weil ich immer wusste mein leben ist die vorbereitung für solche momente die leute wollen mir erst über motivation hören gut kann ich drüber reden mein leben die leute wollen mir erst über führung hören ich kann kein buch drüber schreiben ich kann aber sagen wie es mache mein leben muss mich nicht vorbereiten das einfach so mache ich es fertig und genau so war es bis heute ja so geblieben ich kann ja wenn du mit mir jetzt ein gespräch führst den ganzen dach über was ist ich was wir quantenphysik denn das wird auch ein bisschen lästig geworden also ich bin nicht super schlau und weiß ich verstehe auch nicht von allen dingen was aber ich habe einige teilbereiche des lebens im laufe der zeit verstanden hast du so was wie eine spirituelle praxis ich bin ich bin gläubig ich glaube an gott ich bete ich habe das natürlich also für mich natürlich das helden hat mich in verrückten phase in meinem leben immer in der spur gehalten ich mochte dass ich mag das sich verlassen können ich mag das verlassen auf ja auch also jemand habe ich weiß schon dass jetzt nicht der einfluss nicht direkt ist ich brauche ich habe immer in meine hand und nichts woanders hin bin ich blöd aber da aber es ist einfach eine es ist eben diese spirituelle verbindungen ich weiß ich mag es ich mag es im gebet ich weiß jetzt nicht ob auskotzen das richtige ist aber mich schon mal auch mal aber aber einfach auch schon mal ja also kurz beschweren zu dürfen also warum denn irgendwas jetzt gerade nicht so warum dann aber während ich darüber rede auch festzustellen also also dinge ich mag ich möchte damit die andere leute belästigen ich mag das schon auch wenn ich das in diesem gespräch haben kann ich finde viel ruhe im gebet in verschiedenen momenten und du machst wahnsinnig viel mit dir selber aus ja war schon immer so das war schon immer so und das aber oder sagt mir das immer wieder sie hat dann etwas los ok und das hilft dann schon mehr sie ist also ja also es ist da die größte hat sich die größte hilfe haben doch ich muss ehrlich sagen von keinem mensch mehr gelernt als 0 wieso mädels sind also einfach also zeitlichen anderen blick aufs leben und dann irgendwie auch wahrscheinlich sind frauen generell ein bisschen schlauer als wir weil sie länger dazu lernen irgendwie sowas also ist nicht alle frauen aber einige und auch nicht als alle männer aber als einige meine auf jeden fall dass ich und mag das das allermeiste an so einer beziehung dass du immer jemand hast der im notfall dann doch noch mal den richtigen blick hat aber wieso teilst du das nicht weil ich teile das schon aber also so nicht proaktiv ja das ist irgendwie so in mir drin ich habe das probleme schon mal so jetzt jemand anders mit belästigen es löst sich entweder sowieso oder ich löse es bevor ich dann und es kommt dazu ich rede so viel über den tag es jetzt noch mal zu erklären ja also meistens bekommen es gar nicht mit dass ich ein problem dass in dem moment ein problem habe aber wenn man es mitkriegt dann muss man ein zweimal nachfahren und kriegt man es auch gesagt wir waren ja gerade beim gott was würdest du sagen ist der sinn deines lebens ach ich weiß jetzt nicht also ja also wenn man im besagen dass in meines lebens ist dass das leben einer meiner familie irgendwie so angenehm wie möglich zu machen also ich mag es gerne die situation andere leute zu verbessern und natürlich kann ich jetzt nicht für alle leute tun aber ich kann es für meine familie tun ich bin gerne ratgeber ich bin gerne problemlöser ich bin gerne ein zuhörer und kann das nicht für alle leute sein aber auch einen kleinen kreis von leuten für dich das immer bin und immer sein werde und das ist irgendwie ergibt das für mich so ein bisschen sinn ansonsten glaube ich nicht dass die welt viel schlechter ort wäre wenn ich da wäre also so übermäßig wichtig bin jetzt nicht aber für ein paar leute jetzt natürlich durchaus vorteile und ja da bin ich ganz glücklich du bist jetzt 56 ist opi was viele titel gewonnen und auch sachen verloren ja das glücklich verheiratet sehr gesunde kinder absolut was steht auf deiner bucket liste des lebens gar kein möglich ist niemand von den jungs druck setzen aber mehr engel kinder werden nicht schlimm ich will ich setze ich setze auch alles auf eine karte müssen wir haben schon drei weil sie noch zwei direkt dazu bekommen aber das erste jetzt so geboren wird alles gut also gesund bleiben tatsächlich und das wird alle jungen menschen lassen für die antwort glaubt mir je ältere werde desto wahrscheinlich über das dass das die nummer eins auf der bucket list ist gesund bleiben dann kann man schon ganz viel machen und wenn wir jetzt dann da gesund bleiben dann würden wir super gerne ganz ganz viel reisen und jetzt kommt es da immer wenn was ich mache mache ich total gern habe ich werde das eben nicht machen wie sie irgendwie mit einem schaukel im rollstuhl irgendwie durch die gegend schieben muss wenn wir dann australien bereisen oder im krückstock oder was muss einfach früher sein das ist so gerne ich das mache und sehr das ein auch zieht es muss noch was anderes geben und fußball kann ja weiter gucken von überall was ich was also deshalb ich das nicht mehr ewig machen und dann heißt kerngesund durchtrainiert ja wenn ich schlecht also nicht so wie es im moment ist alles fein ich muss jetzt nicht nur länderpunkte ich gucke übrigens gerade auf gestern auf dem heimweg vom spiel habe ich arnold geguckt aber dass wir die ersten anderthalb folgen bin ich total gespannt zum thema fit im alter hat er auch weil er neulich hat ein spagat auf der küchenzeile gemacht gibt es ein foto wo ich gerade mit gottes willen das ist das ist ein typ also wirklich verrückt so also deswegen werde ich stimme so ein gemassen fit das gehört übrigens zum gesund sein dazu weil dann gucken mehr zeit haben für dinge für die ich jetzt keine zeit habe und so wenig zeit erfüllen dass du gar nicht weiß was ich sein wird sie hatte das noch nie hast du dein ende schon im blick zeitlich nein 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 also dann wirklich dass du sagen kannst ohne dass du es jetzt sagen muss weil dann steht es morgen über einer zeitung aber hast du für dich wo du weißt okay also so die wirkliche idee ist nach liverpool wann auch immer das sein wird ich habe noch vertrag bis 26 jahr pause zu machen also es kann dann sein das habe ich immer gesagt dass dann die schluss aber was weiß ich will ich nach einer pause mich fühle also das weiß ich ja nicht und deswegen lasse ich die tür offen aber ich hätte echt kein problem damit zu sagen echt mal super so jetzt dürfen alle anderen ran und ich gucke ihnen dabei zu und das weißt du ja noch nicht eben aber wenn es so weit wäre wenn es so weit das würde mich nicht wundern das ist meine wahrscheinlichere lösung aber dazu möchte erst mal ja frei haben weil das hatte ich noch nie ich hatte die meiste zeit meines lebens drei jobs erst keine zeit zum urlaub machen erst kein geld zum urlaub machen dann keine zeit zum urlaub machen dann geld aber keine zeit und so weiter also deshalb immer mal urlaub machen mehr als ich würde gerne mal mit urlaub auf den sack gehen immer noch hier ja immer noch nichts zu tun hatte ich noch nie ja wir sind immer so ein paar tage früher abgereist mal gucken ich habe noch drei schnelle fragen fürs ende ja alles gut was lernst du gerade was du noch nicht so gut kannst was lernst du gerade was du noch nicht so gut kannst aktuell wahrscheinlich leider gerade nicht so das ist echt nicht cool also aktuell beschäftigen wir nichts neu und und urlaub war auch nicht ich bin gerade kann an keiner neuen an keiner neuen fähigkeit dran würde ich sagen das ist echt traurig jetzt aber tatsächlich wir sind vorbereitet keine zeit für nix ja siehst du was denken andere über dich was nicht stimmt dass ich die ganze jetzt so bin wir im spielfeld dran das wäre brutal da ist mir echt brutal sich ausgedacht die leute wie hat sie den gesetzt beißt immer auf die zähne und sieht immer so aus aber auch wurscht eigentlich aber das denken die leute ganz bestimmt ja ja zumindest matze knob du hast erst schon ich muss eine frage dazwischen du hast erst ganz am anfang darüber geredet dass du als kind so viel gelesen hast kam ein bücher was ist ein buch was man sich nach diesem gespräch durchlesen sollte was was kannst du empfehlen nichts aktuelles als ula viel besser ich bin in holzhoch roman drin ich lese mittlerweile hauptsächlich also was ausschließlich um wieder mich weg zu bieten also in die andere zeit 400 jahre früher und so weiter und so weiter das ist also ich ich warte jetzt schon hört es ja zu rebecca gable immer das neue buch was hat die geschrieben alles die warringham sage ja da ist wie ganz rebecca gable nicht ein lieber himmel so großartiges zeug so ähnlich wie noah gordon oder ken follett die sind diese art großreich recherchiert fantastische schriftstellerin muss jetzt nicht für alle sein ich weiß nicht ob rebecca selber denkt sie hätte die welt damit verändert meine ja okay also weil man kann sich nicht besser das jahr ab 1100 also mit ihren büchern ich liebe das habsalzt hörbuch habe die meisten gelesen habe dann hin und werden das hörbuch mitgenommen ist ganz praktisch wenn man schläft immer ein aber wenn man das buch vorgelesen geht das gut so also ich bin nicht in aktualität das ist nicht ob das ist das und das sicher unleitet wäre jetzt drin und ich warte gerade aufs neue ja das stimmt und jetzt zum schluss habe ich in der plakat wenn am alexanderplatz in berlin du hast die ich habe die ok und und imagination ist für dich gefragt du darfst alles drauf schreiben was du willst was würdest du drauf schreiben campino drauf geschrieben liverpool champions ich weiß nicht genau ich weiß nicht genau was mich bewegt aktuell ist tatsächlich wie wir mit den mit unseren alten mit unseren offensichtlichen problemen umgehen zum welt angeht und so weiter dass wir sagen wir nicht schaffen das eine vernünftige art und weise zu diskutieren ich verstehe natürlich ich verstehe die sorge um unsere zukunft 100 teile die verstehe so ein bisschen die beweggründe für die maßnahmen die maßnahmen selber nicht weil es natürlich nicht dahin führt verstehe wiederum nicht warum wir uns nicht grundsätzlich damit auseinandersetzen mal wie viel einfluss was müssen wir tatsächlich als welt und was würde ich einfach deutschland darauf und warum machen wir daraus ein thema wo sich jeder nur noch ärgert so wichtig und am ende bilden zwei fronten und die eins haben wir müssen alles ändern wir wollen nichts ändern da muss irgendwo dazwischen muss es was geben und ich würde so gerne mal irgendwie dabei sitzen und sagen freundin einmal anfangen jetzt unseren tisch zu quatschen bevor ich schon wieder festgeklebt habe und die anderen euch an haaren von der straße ziehen jeder hat seine beweggründe das problem ändert sich dadurch ja nicht also können wir uns mal ganz kurz damit aussetzen und wie viel können wir da selber ändern und wie viel müssen wir dann noch ganz viele andere davon überzeugen dass übrigens mitmachen müssen damit sich überhaupt was ändert weil sonst ja völliger quatsch es ist mir ganz komisch wenn da sitzt als beobachter fragt sich das problem ist klar aber gar keine ahnung wie man es anpackt weil alles was angesprochen wird ob es jetzt der heizhammer ist oder sonst was alles für die falsche richtung ich denke mal die idee dafür ist richtig die umsetzung nicht so dolle die reaktion darauf eine katastrophe und nichts ist passiert es kann doch nicht wahr sein sie sind alle durch corona gegangen und dachten dass das schlimmste was uns passieren konnte oh mein gott wird das leben jemals wieder so wie wir es davor hatten haben das leben zurückbekommen und das gefühl kobe überhaupt kein problem gewesen weil die ganzen anderen probleme die sind ja jetzt da ja und das verstehe ich nicht also mein ding ist ja ich finde wir sollten mal echt drüber reden also mal wirklich drüber reden und es nicht nur an nicht nur an voneinander vorbei lasst uns mal drüber reden lasst uns mal drüber reden schreibst du drauf da schreibe ich drauf aber richtig ja und nicht einfach aneinander vorbei quatschen das wäre cool da hätte ich bock drauf das ist miteinander reden das ist doch aber richtig ja bitte bei jürgen klopf sehr gut oder irgendwo drunter stehen schön mit kloppo kloppo für freunde für freunde eigentlich alle weil jürgen so im schwarz weil so ein schwieriger vornamen ist jürgen das klingt wie würgen war immer ganz froh dass man mir einen spitznamen gegeben hat kloppo vielen herzlichen dank für deine zeit danke dir das hat mir richtig richtig viel spaß gemacht das gut treffen zumindest ihr das ist schon mal gut nehmen wir auch danke sehr dankeschön das war jürgen klopp vielen vielen herzlichen dank fürs zuschauen und auch zuhören ich muss sagen ich bin jetzt gerade richtig richtig glücklich dieses glück was jürgen klopp hatte und auch in jeder pore ausstrahlt das hat sich jetzt gerade so auf mich rübergebeamt und ja ich nehme das jetzt auf jeden fall die nächsten tage und wochen mit ich hoffe euch geht es genauso ich bin sehr sehr gespannt was ihr zu dieser folge sagt schreibt gerne in die kommentare oder wo auch immer man das so hinschreiben kann ich nehme ganz ganz viele sachen mit ich glaube ich muss mir die folge aber noch mal anhören und anschauen um noch mal so mitzuschreiben weil da war wirklich sehr 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 viel drin eben vor allen dingen dieses im jetzt leben die brücke übertreten wenn es soweit ist und dieses glück das man hatte wirklich leben das nämlich vor allen dingen mit ich möchte mich ganz ganz herzlich bedanken bei torben becker und mario rätz für die redaktionelle unterstützung bei maximian frisch für den mix und den schnitt und bei andy finz und jan köppen für die musik ich freue mich wenn wir uns hier nächste woche wieder sehen oder wieder hören wenn ihr lust habt eine weitere folge zu hören dann möchte ich euch die folge mit campino empfehlen natürlich ich wünsche euch noch einen schönen tag eine gute nacht bis zum nächsten mal